Halle, 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 Halle Scotland! Herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe von 1889fm, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Natürlich im Jahr 2024, muss ich dazu sagen. zu Gast diesmal der Philipp und der Süßli. Servus. Grüß dich, Günther Fischer. Also ihr seht es ja nicht, aber meine neue Frisur schaut wohl aus wie Günther ja auch. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Müssen andere entscheiden. Wir haben eine englische Woche hinter uns. Auch irgendwie komisch, dass man ins neue Jahr gleich mit der englischen Woche startet. War ein bisschen Sand im Getriebe, aber am Ende gut, alles gut. Oder wie ist so euer Fazit zu dieser ja doch sehr anstrengenden Woche, weil es ging halt auch nach Dortmund am Dienstagabend oder was Mittwoch. Du schaust mich da so an, keine Ahnung. Ja, ich war in Dortmund und ja, es war anstrengend, wobei da muss ich mal das Medienteam loben, die sind da richtig durchgegast und waren irgendwie zwei Stunden vor den Fanbussen wieder zu Hause. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Schlaf im Vergleich zu vielen anderen Menschen, die dort waren. Waren sehr viele Leute dort. Was die Ergebnisse betrifft, glaube ich, kann man zufrieden sein. Vier Punkte aus drei Spielen ist nicht das Optik. Ich muss schnell einhaken. Mit Christian Sauerer wären wir wahrscheinlich innerhalb von vier Stunden aus NRW zurück gewesen damals in der guten alten Zeit, wo unser Stadionsprecher noch den Bus gefahren ist. Ja, aber da hätte ich kein Auge zu gemacht, weil da hätte ich Angst um mein Leben gehabt. So konnte ich zwischendurch sogar eine Stunde natzen. Nee. Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden, weil es sah vor allem nach dem Spiel gegen Verl und ja, auch nach dem Spiel in Dortmund vor allem erstmal nach einem sehr schlechten Start aus. Aber mit dem Sieg gegen Bielefeld muss man eigentlich im Endeffekt sagen, es ist okay. Also es ist nicht super, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und müssen mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ja, ich würde das eigentlich tatsächlich so ähnlich sehen. Ich finde, man ist einfach nach der ganzen Zeit wieder so ein bisschen auf dem Boden gelandet. Dieses Glück hat uns so ein bisschen verlassen. So dieses letzte Matchblick, wo wir ja jetzt sehr viel hatten, wo wir dann letztes also gar nicht hatten. Und jetzt sind wir so ein bisschen auf dem normalen Level, dass halt einfach auch mal, wenn wir nicht so gute Leistungen in den Tag bringen, das Ergebnis halt dementsprechend ausschaut. Aber wie gesagt, wie bei Dortmund 2, einfach das Ergebnis am Ende vom Tag eigentlich für die Leistung einfach irgendwo gerechtfertigt. Wobei ich, und das sage ich jetzt nochmal ganz deutlich, wir haben nicht wegen der Schiedsrichterentscheidung verloren, wobei ich immer nur der Meinung bin, dass die trotzdem natürlich einfach eine andere Auswirkung gehabt hat. Natürlich haben wir deswegen verloren, sonst wäre es ein 0-0-Spiel gewesen. Ja, aber wir kommen ja eh noch wahrscheinlich darauf. Ja, also ich würde so sagen, wir haben, wir sind dann fünf Punkte wegen, nee, nicht fünf Punkte, insgesamt sind es dann drei Punkte wegen den Schiedsrichterentscheidungen verloren, aber das heißt nicht, dass die Schiedsrichterentscheidungen unbedingt falsch sind und dass man nicht einfach auch trotzdem besser hätte spielen können und so ein Spiel in Dortmund gewinnen oder so ein Spiel in Dortmund nicht verlieren. Aber am Ende, klar, wenn bei diesen engen Situationen der Schiedsrichter anders entscheidet, können wir gleich für Verfeld auch noch darüber sprechen, dann gewinnen wir das Spiel beziehungsweise das Spiel in Dortmund schon aus. Aber man darf sich da nicht groß beschweren. Da bin ich bei dir. Also das ist normal, wie du gesagt hast. Mal hat man vielleicht mal ein bisschen mehr Glück, Spielglück, Schiedsrichterglück, was auch immer. Gerade in der dritten Liga musst du wirklich Schiedsrichterglück einbeziehen, weil da gibt es ja keinen Videobeweis und beim Videobeweis läuft auch manchmal was schief. Ja, also ich finde, es gleicht sich schon einigermaßen aus. Letztes Jahr haben wir definitiv schon eher das schlechtere Ende gehabt von so einer Gleichung. Dieses Jahr hat man bisher eigentlich eher das bessere Ende. Mal schauen, wo wir am Ende rauskommen. Und du musst es, das ist glaube ich die Quintessenz, was du auch meintest, du musst es am Ende trotzdem schaffen mit allem, was dir so der Schiedsrichter oder das Leben entgegenwirft. Genau. Und übermäßig strapaziert wurden wir da dieses Jahr bisher auf jeden Fall nicht. Ja, es ist halt einfach ein Unterschied am Ende vom Tag, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, zu sagen, wir haben wegen dem Schiedsrichter verloren oder wegen einer Faustentscheidung haben wir es halt trotzdem irgendwo verloren, weil wir haben ja immer nur die Chance gehabt. Wie gesagt, also wir hätten Dortmund ja auch immer noch irgendwann ausgerecht ziehen können, haben wir aber nicht. Und das Leben ist uns halt dadurch schwerer gemacht worden. Aber jetzt zu sagen, ah, nein, wir haben nur wegen dem Schiedsrichter verloren. Das ist kürzlich nicht. Und wir hatten heute im Team vom Jan-Block einfach eine ganz lange Diskussion wegen dem Thema Schiedsrichter, weil ja einer unserer Mitschreiber ist ja selbst Schiedsrichter und der bittet da uns auch immer wieder so ein bisschen eben um Mäßigung, weil natürlich Schiedsrichter auch nur Menschen sind, sie auch nur Fehler machen. Der andere vom Block ist da vehement dagegen, der sagt, viele Schiedsrichter dürfen keine Fehler machen. Das ist wahrscheinlich eine riesige Diskussion, wenn wir aufmachen können. Ich sehe das so, wie der Kollege das sagt, das sind auch nur Menschen, die machen auch Fehler. Man muss aber natürlich den Schiedsrichter dann einfach auch den Raum dafür ein bisschen entziehen. Ja, man, also, aber man kann nicht immer sagen, es sind auch Menschen, die sind da in der Profiliga, die müssen Profileistung abliefern, die sind die Top 60 von 83 Millionen Menschen. Wir werden doch wohl 60 Leute finden, die nicht jedes Wochenende absolut Bullshit bauen. Sorry, die dritte Liga, ich weiß es nicht, wie es vorher war, das müsste ich vielleicht mal mit Joe Enox besprechen im After Talk nach einer Pressekonferenz, weil er kennt sich da ein bisschen besser aus als wir, oder eventuell griechen ja auch noch mal einen Podcast. Aber ich weiß es nicht, die zweite Liga, da hat man schon die Haare gerauft teilweise, aber die dritte Liga, da sind so unterirdische Schiedsrichterentscheidungen dabei. Ich möchte nicht wissen, wie es in der Regionalliga und Landesliga aussieht, wenn es schon in der dritten Liga so beschissen ist. Also das kann doch nicht der Anspruch einer Fußballnation sein, dass du jedes Wochenende Leistungen hast, wo sie teilweise ihre eigenen Regeln nicht kennen. Und wie gesagt, das sind Profi-Leute, die verdienen damit Geld. Und dann weiß der Linienrichter und der Schiedsrichter nicht, dass eben der Spieler nicht im Abseits steht, wenn ein gegnerischer Spieler außerhalb des Spielfelds liegt. Da hebst du jedes Abseits dieser Welt auf. Selbst wenn ein Fährspieler hinter unserem Tor gelegen wäre, hätte es kein Abseits geben können für das Tor. Und auch die Fernsehkommentatoren, niemand ist darauf eingegangen. Jeder hat gesagt, ja klar, Abseits. So ein Schwachsinn. Oder eben die Geschichte mit Ballsperre, dass das nur noch gelb ist, wenn der Schiedsrichter den Ball freigeben muss. Das wird dann immer nur gegen uns gelb gepfiffen, weil ich kann mich noch an ein Tor erinnern, wo der Pancake genauso eine Ballsperre angeschossen hat und wir dann das Gegentor kassiert haben und da hat niemand abgepfiffen. Also sie kennen ihre eigenen Regeln nicht. Hans Bochum, glaube ich. Ja, und das regt mich so auf, dass jedes Wochenende wird eine Regel immer komplett anders ausgelegt. Genauso wie jetzt diese Handregel. Ja, die ist eben so eindeutig, dass wenn es in einer, also wenn du dich abstützt, dass es dann keine Hand ist. Und gegen Verl wird es uns nicht gepfiffen, aber gegen Dortmund wird es uns abgepfiffen. Keiner von denen weiß ihre eigenen Regeln und das ist genau das, was mich aufregt. Und Mensch, hin oder her, dann werd nicht schießlich, wenn du zu faul bist, dir ein halbes Regelbuch auswendig zu lernen. Philipp, bevor du, wenn ich kurz was sagen darf, und genau das ist aber eben der Punkt, wo ich eben meinem Kollegen ja nochmal recht geben muss, das hat nichts mit Faulleit zu tun, die Leute werden auch geschuldet, die müssen auch sehr harte Ausbildung, alles so Zeug durchlaufen, aber, bevor du mich hier gleich im Grunde und Boden rentest, aber der Punkt ist natürlich auch der, es gibt halt einfach Personengruppen oder Berufsgruppen, die dürfen solche Fehler auch nicht machen und da muss man halt auch als Verband irgendwann einmal sagen, da muss ich diesen Raum für diese Fehler nehmen, weil ich meine, man hört es ja auch von den Schiedsrichtern selber oft genug, dass diese Handregel teilweise total beschissen und undurchsichtig ist, da muss ich halt als Verband einmal irgendwann anschreiten und entweder gibt es dann einen VAR in der dritten Liga, wenn das helfen soll, von mir aus als Beispiel, oder dann regele ich das jetzt in Zukunft an, dass ich sage, was weiß ich, wenn er an der Hüfte angeschossen wird, ist es das nicht, Punkt, aber dieses Wischiwaschi, wie du gesagt hast, im Verl ist es, dann gegen Dortmund, ich habe mich da fürchterlich aber in dem Punkt ist die Regel aber eindeutig. Aber wie gesagt, ich bin kein Regelkundenexperter, du weißt, worauf ich hinaus möchte, muss ich halt auch sagen, also irgendwo passt dieses gesamte System nicht zusammen, das war eben das Gegenargument von unserem anderen Mitschremmer, vom Julian, der halt auch gesagt hat, also sorry, das ist alles irgendwo, hat nicht Hand und Fuß, das ist irgendwo geregelt, dann ist es wieder nicht geregelt, der war dann eher auf deiner Seite. Kurze Werbeunterbrechung und ein fettes Merci wieder an unseren treuen Kooperationspartner, den Rebest Fitness Club in Regensburg. Nicht nur hat er zuletzt einige Preise zur Verfügung gestellt, die wir verlosen konnten, auf Instagram ist ja auch sehr gut angekommen, also auch Instagram abonnieren, um da nichts zu verpassen, wenn da nochmal was kommt, aber ihr könnt natürlich auch davon profitieren, wenn ihr ein Abo abschließt beim Rebest Fitness Club mit dem Codewort 1889FM oder Jan Podcast bekommt ihr nicht nur einen vergünstigten Tarif, sondern auch ein Jahrntrikot mit Wunschvlog oder wenn ihr schon eins habt, zwei Sitzplatz Tickets für ein Heimspiel. Ein super Deal für alle, die jetzt zum Trainieren anfangen wollen, jetzt ist ja Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar, da werden die Fitness Studios auch wieder ein bisschen leerer, obwohl das beim Rebest Fitness Club ja nie das Problem ist, da sind die Geräte in der Regel immer frei, weil es eben viel gibt und es ein hochklassiges Fitnessstudio ist. Ihr könnt es euch aber auch erstmal anschauen, einfach per WhatsApp, Kontaktformular oder Telefon, einen unverbindlichen Beratungstermin oder sogar ein Probetraining ausmachen, wie ihr wollt, aber nicht das Stichwort 1889FM vergessen. Der Adrian, der Inhaber vom Rebest Fitness Club, freut sich auf euch und ich freue mich, dass ich so einen treuen Sponsor habe. Jetzt geht weiter in der Folge. Ich muss sorry nochmal reingrätschen, meine Lösung und ist vielleicht auch ein bisschen populistisch, da bin ich halt der Didi Hamann des 1889FM, aber die Top 100 Schiedsrichter sollen einfach hauptberuflich sein. Es kann nicht sein, dass der unter der Woche noch Zahnarzt oder Jurist oder irgendwas ist und hat auch noch einen saustressigen Job und muss dann am Wochenende als Hobby noch irgendwo erste Liga, zweite Liga, selbst die Champions League Schiedsrichter sind teilweise nicht hauptberufliche Schiedsrichter und es ist mir dann scheißegal, ob die im Training mit dabei sind oder nicht, aber der soll sich einfach richtig vernünftig auf diese Spiele vorbereiten können und da gibt es auch und da mache ich Videoschulung und was weiß ich mit rein und das kann mir keiner erzählen und ich weiß es ja, ich habe ja auch 700 Hobbys, dass du dich vernünftig auf irgendwas vorbereiten kannst, wenn du vorher noch 60 Stunden Zahnarzt warst und am Samstag sollst du noch die Bundesliga pfeifen und jetzt Rant Ende von meiner Seite jetzt sagt der Philipp und du dazu noch was sagen. Das ist jetzt echt viel hier irgendwie aufzuarbeiten. Also zum ersten Mal muss ich dir recht geben, gerade bei diesem Profitum bin ich auch voll dafür, weil das ist für mich eigentlich auch ein Punkt, den ich bei dir gerade vorhin falsch fand, weil du eben gemeint hast, ja, das sind ja Profi-Schiedsrichter so ungefähr. Wie gesagt, sind sie nicht, die machen das nebenberuflich, die machen unter der Woche alle was anderes und wenn sie auch mal verletzt sind oder sowas, dann kriegen sie halt auch ein halbes Jahr lang kein Geld als Schiedsrichter, also musst du auch mal dazu nehmen, wenn du nur so ein Hobby-Schiedsrichter bist, du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass du das in zwei Jahren noch bist, also das ist nicht so ein geiles Berufsfeld, um sich da jetzt für ein Leben lang da auch zu verlassen, du wirst da auch irgendwann aussortiert, haben wir auch öffentlichkeitswirksam erlebt. Aber der hat ausgesorgt? Ja, mit irgendwelchen Talkshow-Auftritten oder Fernseh-Kolle, die Zeitschriften-Kolumme oder sowas vielleicht, aber... Naja, Champions League, also wenn du da zwei Einsätze im Jahr hast, hast du schon, ich glaube, du kriegst pro Einsatz irgendwie 6.500 Euro oder so. Den hast du nicht ausgesorgt. Nee, aber... Der hat gut verdient in seiner Zeit, das Schiedsrichter stimm ich dir zu und ich finde es auch gut, es ist auch wichtig, das Schiedsrichter verdienen, weil es ist ja das gleiche wie, warum Politiker was verdienen müssen, weil am Ende schafft es auch so ein bisschen den Raum, oder nimmt es der Bestechung so ein bisschen Raum, was immer noch utopisch ist, weil in einem Milliardengeschäft, dass die Leute ein paar Tausend verdienen, ja, sage es nicht, die sollen Molinäre werden, die Schiedsrichter, aber ja, das ist das eine, also Profitum ist für mich auch ein richtiger Schritt, aber dann das größte Problem, was wir haben, ist eigentlich, egal, ob das jetzt Profis sind oder nicht, in der dritten Liga sind in der Regel, weil du sagst, es sind die 60 Besten in der Liga, es sind halt aber nicht die Top 1 bis 10, sondern es sind halt eher die 50 bis 60 oder 40 bis 60 unterwegs, das muss ja auch, also das ist nicht der beste Schiedsrichter in Deutschland, definitiv nicht, jeder, der bei uns aufläuft und teilweise haben wir auch schon irgendwelche FIFA-Scheris gehabt und ich war auch unzufrieden. Das ist das eine, also das muss einem auch immer klar sein, wenn er besser wäre, dann würde er die Liga pfeifen. Genauso mit unseren Spielern und da komme ich zum nächsten Punkt, bei Spielern, wenn die in einem Sekundenbruchteil eine falsche Entscheidung treffen und vorbeihauen, den Ball reinlassen, was auch immer, regnen wir das auch furchtbar auf, aber wir stellen nicht den ganzen Berufsstand in Frage und bei Schiedsrichtern ist es halt am Ende genau das Gleiche. Der sieht etwas, muss das in seinem Kopf verarbeiten, kann sich es auch nicht nochmal anschauen und muss dann eine Entscheidung treffen und wir haben halt das, also es hat sich mittlerweile auch so entwickelt, das ist dieses, um den Schiedsrichter zu schützen, diese, wie heißt das, Tatsachenentscheidung, das haut den halt von hinten wieder auf den Schädel, die Tatsachenentscheidung, ja, wenn du dich zehn Sekunden, wenn du da denkst, vielleicht warst du doch keinen Foul, du kannst eigentlich nicht nochmal umentscheiden, also als Schiedsrichter, wenn du nochmal ernst genommen werden willst, wenn du nicht irgendwie einen Downgrab bekommen wirst vom Schiedsrichterobachter, sonst irgendwas, was ich sagen möchte damit, die Wut, die du hast, Robert, sieht keiner, dass ich auf den Robert sage, die Wut, der Robert hat, die habe ich schon auch, vor allem im Werbenspiel, vor allem nach dem Spiel, wenn ich dann wiederholen nochmal sehe, aber ich bin eine Woche später, so wie jetzt gerade, eher auch auf der anderen Seite, weil wir haben ja die Probleme im deutschen Schiedsrichterobachter, es geht ja nicht nur um die Profischiedsrichter, es gibt zu wenig Schiedsrichter, keiner mag diesen Scheißjob machen, es werden Schiedsrichter geschlagen, es werden Schiedsrichter bedroht, es werden teilweise, ja, fast umgebracht auf irgendwelchen Amateurplätzen, man muss da echt aufpassen, wie man diesen Berufsstand oder diesen, ja, diesen Teil unseres Sports, der wichtig ist, den es braucht, wie man den irgendwie hinbekommt, ohne den Schiedsrichter immer als das Arschloch abzustempeln. Als Informatiker würde ich jetzt sagen, hoffentlich ist es einer der ersten Bereiche, die wir mit KI wegautomatisieren, dann haben wir das Problem nicht. Dann komme ich zum letzten Punkt, für mich von der Diskussion, ja, aber ganz ehrlich, ich fand es in der zweiten Liga nicht wirklich besser. Du hast ein großes Problem beim Videobeweis, das ist mir dieses Jahr aufgefallen, auch in dieser ganzen Handspiel-Diskussion, Videobeweis funktioniert nur dann, wenn du keine Auslegungssache mehr hast. Wenn du sagst, Hand ist ab, so mit T-Shirt-Linie wurde er mal versucht, oder sowas, ab T-Shirt-Linie ist Hand, also unter der T-Shirt-Linie, über der T-Shirt-Linie ist keine Hand mehr. Und so, wenn du klar Ja, Nein sagen kannst, genau wie Abseits. Wenn du jetzt jegliche Auslegungssache eliminieren kannst, dann in der Theorie wird der Videobeweis besser. So, die dritte Liga hat kein Wibers, die dritte Liga ist nur Auslegungssache. Hat für den Jahr meiner Meinung nach Vorteile. Wir hätten jetzt, die letzten zwei Wochen hätten wir wahrscheinlich vier Punkte mehr, wenn nicht alles Auslegungssache wäre. Aber ganz ehrlich, was uns in den letzten Jahren zurückpfiffen wurde, weil wir halt manchmal ein bisschen über die Grenze hinausgehen, ein bisschen mehr schubsen, ein bisschen mehr irgendwie dem Gegner auf die Socken steigen, das ist unsere Art, Fußball zu spielen. Wir spielen sehr körperbetont. Wir haben nicht die technisch best ausgespieltesten Spieler, äh, ausgespieltesten Spieler. Wir sind auch mal öfter im Upside, als die Gegner, habe ich das Gefühl, teilweise gehabt in der zweiten Liga. Das alles beißt uns ein bisschen den Arsch in der zweiten Liga. Und in der dritten Liga sind wir, glaube ich, jetzt eher schon ein Team, was fast davon provoziert, wenn du eben nicht diesen Videobeweis hast. Das ist jetzt nicht alles super fair, aber solange es im Rahmen bleibt, finde ich eigentlich den Fußball so, wie in der dritten Liga ist, okay, du musst trotzdem schauen, dass du die Schiedsrichter halt fair bewertest. Keine einzige Szene, über die ich mich jetzt aufrege, hätte der Videobeweis aufgeklärt, außer vielleicht das Abseits-Tor. Das Tor vom Garnhaus hätte gezählt und ich glaube auch, dass das Handspiel von Bräunig nicht als Elfmeter gewertet worden wäre. Wobei, das ist dann wieder Tatsachenentscheidung, dann wollen sie ihn nicht zurücknehmen, wenn er es gesehen hat und so entschieden hat. Wir hätten aber deshalb bei Weidinger aber agressiert. Aber, ne, nicht, dass du mich falsch verstehst. Also, den Videobeweis vermisse ich auch nicht. Mich regt halt vor allem auch diese inkonsistenten Entscheidungen auf, eben bei, jetzt, gegen Amina Bielefeld vor allem auch, dass halt die kleinste Aktion von uns gelb war und man konnte fahrbar an der Auslinie umhackeln, wie man wollte und da ist nie was passiert. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass Regensburg da auch gar keine richtige Lobby hat. Aber, ich möchte, ja, ich möchte aber nicht zu sehr in dieses Jammermodus verfallen, weil wenn ich sehe, wie 60 dieses Jahr teilweise verfüben wurde, ich glaube jetzt Saarbrücken dieses Wochenende, ist es nicht nur ein Jahr im Problem, sondern ein generelles, und jetzt haben wir leider 15 Minuten drüber schon gequatscht, ich möchte es jetzt auch langsam beenden, weil die armen Leute, die jetzt diese Schiri-Diskussion erleben, müssen wir, aber wir können es ja quasi ein bisschen noch langfassen. Wenn ich nur kurz was dazu sagen darf, also ich auch, pass auf, da musst du heute mal weniger reden, wenn es dich stellt. nein, die Sache ist ganz einfach, ich bin da auch bei euch, es müsste sich meiner Meinung nach einfach nur im System was ändern, und gut ist es, denke ich erst einmal, aber wie man das jeder macht, das soll jeder für sich selber entscheiden. Und alle, die meinen es besser zu können als ich, Schiedsrichter werden, man kann jetzt auch beim Jahr und wieder Schiedsrichter werden, ich glaube Anfang Februar ist der nächste Workshop dazu, und was gibt es geiler, als als Jahr ein Schiedsrichter zu sein? Genau, das ist mir auch wichtig, System irgendwie verbessern, Schiedsrichterbeobachter, fairer bewerten, also fairer, ja auch kritischer bewerten lassen, die Schiedsrichter, aber eben nicht pauschal draufhauen, sondern besser machen, gute Idee. Genau, ich denke halt einfach am Ende vom Tag ist es immer noch ein Systemproblem, wie ich schon mal gesagt habe, und einfach, dass auch die Leute sich einmal einer Sache bewusst werden müssen, dass man einfach einmal den Blick irgendwo drauf richtet, wie das wirklich beurteilt wird, weil wie gesagt, klar, es gibt Berufsstände, da darfst du dir einfach keine Fehlentscheidungen laufen, ich meine, das ist wie beim Arzt, der hat ja auch keine Fehlentscheidungen, Moment, aber dann stirbt keiner, das ist mir schon bewusst, aber im Endeffekt, seine Entscheidung hat halt dann auch irgendwo solche Auswirkungen, wie im Gegend, wenn ich jetzt ein Semmel zu viel kriege und was ich aber eigentlich noch mitzummelde, und das ist das, worauf ich auch noch am Ende von dem ganzen Nahrung, einfach wie man sowas auch beurteilt, weil ich habe früher auch keinen auf dem Schiedsrichter drauf gehabt, mittlerweile haue ich weniger drauf, aber ich spreche es halt zu seinem eigenen Schutz an, hey, das war schlecht und das musst du besser machen und da darf man auch mal als Schiedsrichterbeobachter einfach mal Kritik üben, muss ihn aber nicht gleich 20 Stufen runterstellen, aber das ist ein Thema für den Schiedsrichter-Podcast und nicht für uns. Was, nämlich zu dem ganzen Thema, wo du gesagt hast, vielleicht kann man mal Eitigen einladen, ja, oder einen Beitinger hier aus Regensburg. Nach deinem Rentfall nicht mehr. Ich würde jetzt mal kurz das Zepter schnell in die Hand nehmen, weil wir ja eh schon waren bei dem gelben Karten geben, außer ihr wollt auf die Spiele selber eingehen, aber ich bin beim Thema undisziplinärter, wo du hier aufgeschrieben hast, weil die Frage hat ja auch, ist ja auch auf der Pressekonferenz gestellt worden, wie seht ihr das denn? Ich persönlich, der wohl ja Max auf diese Frage angesprochen hatte und eigentlich die schlechte Frage verursacht hat, habe das so gemeint, wenn man unsere Spieler beobachtet, Oskar Schönfelder ist der mein Favorit, ehrlicherweise gesagt, wo er die gelbe Karte davor bekommen hat. Man hat es Oskar angesehen. Das Foul hat ihn genervt. Ihn hat es genervt, was ihn der Verteidiger gestört hat. Du hast ihn genervt, der ist jetzt wie Robert gerade bei seinem Rent hier auf dem Stuhl so ein bisschen hin und her gewackelt. Und dann richtig wie so ein bockiges Kind hält am Fuß davor, kriegt gelb. Und das ist Schönfelder, das ist also nicht zum ersten Mal passiert. Das ist ihm auch im Halle schon passiert. Und auch bei Garnhaus. Ich meine, gut, klar, man kann sich jetzt überstreiten, hat das wirklich nicht gehört, wollte halt einfach auslaufen. Ich meine, das war halt einfach eine super strenge Linie an dem Tag, meiner Meinung nach. Wie seht ihr das? Sind unsere Spieler da manchmal einfach noch zu blauäugig? Ich sage, ja. Ich hatte das gleiche Gefühl und ich hätte auch die Frage auf der Pressekonferenz gestellt, vielleicht ein bisschen zu viel Santa, weil ich wusste ganz genau, dass der Joe da, ja, weiß ich nicht, sorry, mir fällt das Wort nicht ein, dass er da ein bisschen empfindlich regieren würde auf die Frage. Also, wenn ich die Frage gestellt hätte, weil Max hat ja gefragt, ob es ein disziplinarisches Problem gibt, ich hätte es so ein bisschen witziger formuliert und hätte quasi zu ihm eher gefragt, ob man jetzt den Strafenkatalog mal anpassen müsste oder sowas. aber ich hatte genau das gleiche Gefühl, eben man hatte diese gelb-rote Karte von Bräunig damals wegen der Spielverzögerung, dann hatte ich auch so im Hinterkopf ein, zwei bockige Sachen von Ghana aus, gefühlt kriegt Schönfelder auch jede Woche eine gelbe Karte für sowas, aber jetzt habe ich mir mal die letzten sieben Spiele im Live-Ticker zurückgeguckt, um meine These zu bestätigen und ich finde da keine gelbe Karte wegen Meckern oder so oder wegen Undisziplinarheit. Es fällt halt vielleicht über den Saisonverlauf auf, dass ein, zwei Spieler, vor allem die Jüngeren, öfters mal mit ihrer Leistung nicht zufrieden sind und dann ein bisschen rumhadern und vielleicht Gelb kassieren, aber ich glaube, es ist wirklich kein systematisches Problem in unserer Mannschaft und was mir aber aufgefallen ist eben bei der Geschichte mit Ghana aus, weil Cota ist ja auch vorher ausgewechselt worden, und es gab diese Konterschance, wo der Cota über die Außenlinie allein aufs Tor gelaufen ist und Ganaus zwar im Deckungsschatten seines Innenverteidigers war, aber wenn du ihn richtig sauber in den Fuß spielst, wäre das ein hundertprozentiges Tor gewesen. Aber Cota ist quasi selbst aufs Tor gelaufen und hat dieses Ding auf einem kurzen Eck verhungern lassen und da hat sich Ganaus tierisch aufgeregt und beide, fand ich, waren dann eine Zeit lang vor der Rolle. Cota hat auch überhaupt immer nur bei jeder Aktion dann immer rumgekrantelt und so und die Cota ist dann ausgewechselt worden, ich weiß nicht, ob deswegen, aber vor allem, ich glaube, er war auch platt, nach dem Sprint hat man richtig gesehen, da war jetzt dann alles raus, englische Woche, du hast nochmal so einen 70-Meter-Spring gemacht, dann ist das Tor nicht gefallen, der konnte nicht mehr. Aber ich finde, in dem Moment hätte man beide rausnehmen müssen, weil du hast Ganas auch angemerkt, ab dem Moment war der so von der Rolle, weil der unbedingt dieses Tor schießen wollte und dann bist du vielleicht auch in so einem Tunnelblick und hörst auch nicht auf, wenn abgefiffen ist, obwohl du gelb hast, weil du willst einfach, er wollte unbedingt dieses Tor, er wollte es erzwingen, hat man richtig gemerkt und wenn es nur so ein dummes Demel-Tor ist und allen zeigen, schau, ich hätte es ja geschossen, aber ich glaube, er hat auch nicht damit gerechnet, dass der Schiri so streng ist oder du bist halt noch unerfahren genug, dass du es machst. Ich verzeihe ihm, war dumm, fertig, aber wie gesagt, ich finde, man hätte ihn aus dem Trainerteam selber schützen sollen und ab dem Moment, also 20 Minuten vor Schluss auswechseln mit Grota zusammen. Ich habe es mir auch bei jedem Wechsel gedacht, wann kommt jetzt mal? Sorry, Philipp, du darfst gleich, ich will nur eines sagen, du darfst keiner Statistik vertrauen, die du nicht selbst gefälscht hast, weil, ich lasse dich gleich, sorry, weil nämlich, ja, das ist selten wegen Meckern, aber Kota, gut, du hast das mal gesagt, dass das nämlich genau das selbe, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, vielleicht Philipp, vielleicht hast du es du gesehen, der ist ja auch mit einem Biel, ich glaube, das war der Wörter, ich bin mir nicht sicher, der hat ihn ja auch ein paar Mal gefault und da gab es einmal oder zweimal eine Situation, wo ich mir dachte, jetzt kommt es gerade zu einer Rudelbildung, weil der Kota wie ein, Entschuldigung, Domi, falls du mithören solltest, ich glaube es zu mir nicht, aber gut, wie ein bockiges Kind und mit der Hand gefucht und äh, und gefällt ihm jetzt nicht und auch wie du sagst, Garnos hat sich aufregt, muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube manchmal, dass Kota nicht der beste Mitspieler, weil der ist sehr eigensinnig manchmal und das habe ich da schon öfter gesehen, darum komme ich auf diese These mit der Disziplin, aber sorry Philipp, ich habe die unterbrochen. Da muss ich jetzt aber kurz abschweifen, weil, äh, was man nicht vergessen darf, Kota ist halt auch ungefähr unser bester Spieler dieses Jahr, also wirklich, also rein spielerisch, äh, was an Abschlüssen, an, äh, Flanken und also das ist wirklich, das sage ich seit dem vierten Spieltag oder sowas, ja, das ist der erste, der weg ist im Sommer, wahrscheinlich, äh, immerhin mit finanzieller Entschädigung, aber das ist meine große Befürchtung, viele sagen dann, ja, falls wir aufsteigen, vielleicht nicht, das ist jetzt ein anderes Thema, ich glaube dann trotzdem, weil sich sowas einfach schon im März entscheidet und nicht erst im Mai, aber. Wir sind doch zu Ostern aufgestiegen, sage ich doch immer. Ja, hoffe ich auch. Äh, ich glaube, ungefähr da ist, äh, Freiburg, oder? Ich sage immer, ich möchte, Freiburg möchte ich Meister werden. Ja, Ostern ist leider recht früh, Freiburg ist, glaube ich, äh, Ende Februar, äh, Ende April. Okay. Ja, aber, ja, aber wie gesagt, wir schweifen ab, ich wollte eigentlich, äh, auch noch auf dieses gelbe Karten-Ding eingehen, ähm, ich denke es mir natürlich in dem Moment auch, auch bei Schimpfwelt hat es mich aufgeregt, die GBK-Karte, weil die total unnötig war, und, äh, ich habe mir dann wirklich bei jeder Auswechslung der 2. halbzeit gesagt, wann nehmen wir jetzt den Garnas runter, weil, das ist mir jetzt so gefährlich, gerade mit Führung, bitte, äh, schützt den doch einfach. Ja, hat er nicht gemacht, ähm, Schönfeder, glaube ich, hat er aus dem Grund auch runtergenommen, weil der hat da, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr immer an der Grenze operiert, äh, da habe ich mir in der ersten Halbzeit teilweise schon gedacht, der ist kurz vor Gebbrot, ähm, Einfach, weil er auch sehr viele Ballgewinne im, äh, äh, im Mittelfeld hat, hat er, äh, glaube ich, äh, der Max, äh, vom Jarnblock rausgefunden, vor dem Dortmund-Spiel, dass er da irgendwie sehr weit vorne ist, hat mich sehr überrascht, ich war der größte Schönfeder-Kritiker vor der, äh, 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 Winterpause, und fand eigentlich, er hat es jetzt, äh, vor allem gegen Verl, teilweise sehr gut gemacht, teilweise hat er mich dann auch wieder aufgeregt, dann hat er sich die gelbe Karte geholt, dann war er gesperrt, alles schön und gut, aber er wurde zweimal auch echt früh ausgewechselt, muss ich sagen, also als gegen Verl und gegen Bielefeld, ich glaube, dass ihm vielleicht auch Enox so ein bisschen das Gas einstellt, langsam mal ein bisschen Leistung sehen möchte, weil wie gesagt, gegen Verl fand ich, waren die Ansätze gut, das, was ich vermisst habe vor der Winterpause, das sind halt seine technischen Fähigkeiten, dass er die mal zum Beweis stellt, äh, das habe ich wieder gesehen, ganz kurz bevor ich das, äh, noch zu den Gamekarten, ähm, wie gesagt, ich, mich ärgere jetzt auch, aber ich glaube, dass Enox da seine Spiele auch ein bisschen schützen will, weil er genau sowas von ihnen sehen will, also nicht nur generell schützen will, sondern auch, weil er genau sowas sehen will, vor allem wenn wir das in Dortmund sehen müssen, ich habe ja den Blick direkt, äh, auf Spielfeld gehabt und dazwischen, mir und Spielfeld war Enox und Bayer Lorz und es gab eigentlich keine 10 Sekunden, wo nicht einer neben dem fitten Offiziellen stand, teilweise saß da vierte Offizielle bei uns aus der Bank, also, der stand wirklich einen Meter vor unserer Bank und nicht in der Mitte, wo er eigentlich stehen soll, so viel wurde diskutiert, ich habe den längst irgendwie auf die Bühne verwiesen, äh, einen von uns zumindest, einer hat aus der Bank Geld bekommen, Bayer Lorz wollte ich gerade sagen, ja, aber da wurde ich sehr viel kommentiert und also Enox ist quasi der, der mit am meisten noch meckert eigentlich während dem Spiel, nicht die Spieler und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen das Kitzeln, so das Maximum rauszuholen, so ein bisschen, äh, ja, blöd gesagt, auch den Schiri zu bearbeiten oder halt einfach unzufrieden sein, wenn irgendwas nicht so geht, wie du willst und einfach so richtig aufgestachelt zu sein, ich glaube schon, dass Enox die Spieler so ein bisschen kitzelt, dass sie auch so drauf sind und das ist halt eine dünne Linie und dann kann es auch mal sein, dass einer Gelb-Rot bekommt, aber bisher finde ich, schaffen wir den Spagatti ist ja so ganz gut, du hast ja gesagt, wenn man auf die Fakten schaut, auf die Zahlen, äh, fällt es eigentlich nicht so über die Saison gesehen auf, in den letzten Spielen ist es mir rein, äh, ja, subjektiv schon aufgefallen und da muss man schon schauen, dass es nicht so ein, ja, eine Regelmäßigkeit wird, wenn wir jetzt jedes Spiel zwei Karten wegen Meckern bekommen, dann sollen wir mal gegensteuern, aber da würde ich noch ein paar Spiele warten. Oder können wir Erik Weckeser zurückgründen. Ähm, weil du das mit Schönfeldern gesagt hast, vielleicht kurz zur Info, also ich, das müsstest du auch gehört haben, auch im Spiel, hat, äh, Enox gesagt, dass, ähm, auch Schönfelder momentan deswegen auch die Standards nicht tritt, weil es anscheinend bei ihm mit dem Oberschenkel öfter zwickt, momentan, also das könnte auch ein Grund sein, tatsächlich. Und eben wie du schon argsert hast, Enox möchte seine Spieler schützen, ich glaube, dass es halt irgendwo so ein, so ein Grad ist zwischen, ja, er weiß es, dass sie es schlecht machen, er will sie auch nicht in die Pfanne haben, weil die müssen halt irgendwo ein Learning by Doing. und, ähm, eine Sache, die mir sehr gut an Enox gefällt hat, die mich auch ein bisschen in dem Situation auch am Meerser zurückgerinnert hat, in Aoi, und jetzt eben auch bei Enox, und ich finde es sehr toll, wenn so ein Schiedsrichter das macht, und ich war froh, dass ich nicht in Dortmund war, weil ich hätte Lotka wahrscheinlich einen Schädel abgerissen, das Arschloch, wie Lotka meiner Meinung nach eine klare Tätlichkeit begeht, weil Hut hat ihn nicht berührt, er springt selber über Hut drüber, er fällt selber auf seinen, darf ich, fetten Arsch sagen, seinen fetten Arsch, dieser blöde Wichser, und schlägt nach Hut aus, das ist eine Tätlichkeit, und du hörst Enox auch von der Seite schreien, dass sein Spieler geschlagen wird. Also ich hab's, ich war, hab eine schlechtere Sicht als Enox, aber ich hab's nicht gesehen, Schiedsrichter hat's glaube ich auch nicht gesehen, und du hast eine TV-Wiederholung gesehen, oder? Also das ist halt, das war in der dritten Liga. Oder sagen wir es mal andersrum, vielleicht jetzt nicht so ein richtiger Faustschlag, das nicht, aber mir kann niemand erzählen, wie es der Deppertig-Kommentator da gesagt hat, ja, das ist ein Schlagen im Drehen, also, bitte. Aber da habe ich auch gesagt, also, wenn sich jemand verdient hätte zu verletzen, dann der Lottger in der Situation, weil da hat er sich, da hat er sich dann auch gewälzt vor Schmerzen, und wollte es quasi so hinstellen, dass, als wäre er gefoult worden. Er hat auch einen Freistoß bekommen, glaube ich. Stimmt ja. Weil, da sind wir halt bei dem Thema, Entschuldigung kurz, wo man einmal was sagt, und ich hab, wahrscheinlich, eigentlich darf ich's nicht, eigentlich hab ich ja Verbot, aber das ist wie dieselbe Situation wie in Bielefeld, ich hätte auch den allseits beliebten Klos vom Platz gestellt, weil, da gab's ja diese Unfaire, da kommen wir später drauf, nur schon mal jetzt vorab. Kommen wir nicht drauf, erzähl's ruhig. Also, da bin ich mir schon sicher, aber ich schneid's kurz mal an mit der Situation mit Bulic, wo Bulic ja fast zwei Minuten gelegen ist, und die ja nicht ins Aus gespielt haben, die AMB-nachteiligen Bielefelder, weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, Klos tritt nach. Klos hat in einem Knöchel getreten. Ich hab die TV-Bilder nicht gesehen. Nee, ich hab das auch nicht gesehen, aber du hast es mir erzählt, ich hab dann im Medienteam auch nachgefragt, ob das jemand gesehen hat, und der Alex hat gesagt, der hat das auch gesehen. Ja, du siehst ja in dem Fall, also das sehen jetzt die Podcast-Tür leider nicht, aber du musst dir wirklich vorstellen, Klos ist ja von zwei Spielern von uns in die Zange genommen worden. Einmal von Bulic und ich weiß nicht, wer der andere war, und fällt halt hin und während dem Hinfall, wie gesagt, natürlich tritt er jetzt da nicht nach, als würde ihm die Sehnen nach, die in die A3 befördern, aber er tritt dann Bulic mit dem Stollen auf den Fuß, mit voller Absicht, und das darf nicht sein, das ist mindestens gelbwürdig. Ja, und es gibt halt in der zweiten Liga vielleicht auch mal Rot oder sowas, wenn es halt schwerer ist, mit Videobeweis, aber in der dritten Liga nicht, und das ist halt auch, das ist auch wieder ein Faktor bei Klos, ich möchte jetzt nicht hier das irgendwie gut finden, wenn Leute absichtlich anderen Leuten wehtun auf dem Platz, aber am Ende ist das auch Erfahrung, also, und du weißt auch ganz genau, in der dritten Liga kannst du es machen, in der zweiten Liga kannst du es nicht machen, und das wollte ich zu den gelben Karten eigentlich auch noch sagen, das ist am Ende auch eine Erfahrung, wir haben eine verdammt junge Mannschaft, und auch, du hast das Beispiel Eric Weckesser genannt, der hat ein Jahr gehabt, wo wir zwölf gelbe Karten wegen Meckern bekommen haben, der war noch ein Jahr danach bei uns, und da hat er, glaube ich, die gehabt oder so, weil wir haben immer so ein Tippspiel, wo wir nicht nur die Spiele tippen, sondern auch so ein paar Sondertipps, wer hat die meisten gelben Karten, und du nimmst natürlich immer Geipel, oder immer Sala, oder immer Weckesser, nachdem wir diese einigen mit dem Spiel hatten, aber das zweite Jahr ist dann meistens deutlich niedriger, weil du einfach auch dazulernst, als Spieler, wie weit du gehen kannst, und diesen Prozess machen halt auch, zum Beispiel Kota jetzt gerade durch, oder Bräunig, und ja, wie gesagt, ein Klos hat ihn halt schon hinter sich, der ist mit allen Wassern gewaschen, und der weiß auch ganz genau, hey, ich habe keinen Videobeweis mehr, ich kann ihm jetzt auch mal ein bisschen auf den Fuß treten, nicht um ihn zu verletzen oder sowas, aber einfach um ein bisschen zu ärgern, um ein bisschen weh zu tun, um vielleicht auch eine Reaktion zu bekommen, also ganz ehrlich, das würde ich ihm jetzt schon mal unterstellen, dass der sowas sicher auch mal macht, ob er es da gemacht hat, weiß ich nicht, aber das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Das ist ja das gleiche, wie der Geipel fliegt, die mit Gelbbrot vom Platz, und das kann der halt einfach perfekt, er kann perfekt die erste gelbe Karte abholen, kann dann aber auch perfekt die zweite gelbe Karte verhindern, und wenn ich jetzt schon den Brückenschlag mache, die Leistung in der drei Spieltage, also am Mittwoch, war es jetzt Mittwoch oder Dienstag? Mittwoch, oder? Gegen Dortmund, Mittwoch, ja. Da habe ich mir gedacht, ei, 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 sind unsere Beine schwer, scheiße, das wird ein Spiel gegen Bielefeld, und dann kommst du auch erst, weiß ich nicht, Donnerstag, Nachmittag oder in der Früh mit dem Bus an, wie willst du da regenerieren, weil ich meine, du hast ja nicht mal mehr Zeit, richtig für eine Videoschulung, wenn du da Mittwoch in der Früh ankommst, dann gehst du noch in die Eistonne, dann gehst du noch schlafen, dann gehst du scheitern Nudeln essen mittags, dann hast du vielleicht noch deine Videoschulung, also ob du irgendwie Bock hast drauf, Donnerstag auslaufen, Schmann, Freitag auslaufen, und dann ist Samstag schon wieder Spiel, also ich, und ich finde, wir waren sowas von fit, also das habe ich niemals erwartet, unser Pressing war 1A, und wenn uns irgendwas gegen Bielefeld gewonnen hat, dann war das das Pressing, was gegen Dortmund gefehlt hat, finde ich. In Dortmund waren die Räume richtig groß, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Spieler, die starken Spieler da besser aufzunden konnten, und allein wie Feed eben diesen Torwart beackert hat, und wie wir dieses Pressing aufgezogen haben, die ersten halbe, dreiviertel Stunde, es hat ja dann gelangt, vielleicht hat man es in der zweiten Halbzeit nicht aufziehen können, aber da hat Bielefeld ja auch nicht so viel gemacht, dass wir, da haben wir uns halt den Bus geparkt, wie man es so kennt, aber auch ein Geipel eben, deswegen der Brückenschlag, fand Geipel war, obwohl er nur eine 3 beim Kicker bekommen hat, der zweitbeste Spieler auf dem Platz nachfied. Seit zwei Wochen eigentlich, also Geipel ist für mich seit zwei Wochen, wenn du immer wieder mal so Situationen hast, wo der Geipel einfach von der Seite angeschossen kommt, wo du dir früher gedacht hast, oh shit, das wäre eine rote Karte, aber der wird mittlerweile wieder gefoult, wenn er selber den Ball spielt, also Geipel ist gegen Bielefeld zweimal gefoult worden, während er die musterhütige Grätsche auspackt, hau dann quasi der Gegner, den man den Ball wegnimmt oder einer, der nehmen steht, hau dann irgendwie einen Fuß rein, das hat richtig weh getan auch teilweise. Ja, er schafft ja auch mittlerweile Spielverlagerungen und stellt den Körper dazwischen, also wenn jemand einen zweiten Frühling bekommen hat, dann Geipel, also der ist ja wirklich auf, also nicht Weltklasse, aber für dritte Liga ist der absolut oberperformt gerade. War so skeptisch vor der Saison, ob es quasi noch reicht, auch einfach vom Tempo her, sag ich mal, oder von der Fitheit oder von der Frische, aber es gibt wirklich zur Zeit, ich stehe oft neben Tobi Braun beim Fußballer bei Heimspielen und es kommt zur Zeit dreimal pro Spiel vor, wo wir uns anschauen und sagen, boah, der Geipel, oder also sowas in die Richtung, das ist wirklich, das ist sehr oft jetzt passiert in letzter Zeit, muss ich wirklich sagen. Ja, mit seinen Standards auch, die er jetzt gemacht hat, das war ja auch eine Qualität, die er dazu gewonnen hat, ich habe ihn jetzt aber ehrlich gesagt, ehrlicherweise nicht so genau beobachtet, deswegen ist man nicht aufhören, wobei es ja manchmal vielleicht auch nicht schlecht ist, in der zentralen Mittelfeldspiel, der ja verteidigen soll, nicht allzu oft auffällt, weil da macht er ja seine Sache gut. Wie gesagt, also vor allem diese, in der 60. Minute, er läuft ja durch den halben Platz und macht dann eine perfekte Grätsche, da musst du ja auch konditionell sowas krass in Form sein und ja, das fällt nicht jedem auf, aber vor allem der Philipp ist ja ein Fan von Verteidigen. Von Grätschen auf jeden Fall, ja. Da fällt dann eher auf. Da muss ich aber auch in den Anze brechen, auch wenn er den Elfmeter verschuldet hat, weil er halt einfach zu spät war, aber auch für Benny Sarder gegen Bielefeld ein paar schöne Grätschen rausgelassen. Also muss man auch sagen. Er war zwar grundsätzlich nicht der Stärkste, aber ein paar schöne Sachen, da hast du halt seine Erfahrung gemerkt, weil da kann man glaube ich schon gut sagen, dass es gut war, dass er gegen diesen Momolu gespielt hat, weil sonst hat er den anderen wahrscheinlich schwindelig gespielt. Also da hat Benny seine Erfahrung schon auch geholfen. Oder will einer von euch was dazu sagen? Nö, du darfst halt einfach den Einwurf nicht so schnell ausführen lassen und solche Geschichten. Aber da kann er dann wenigstens dafür. Ich war mir hundertprozentig sicher live, dass Bräunig schuld war, weil er mir vorher schon aufgefallen ist, dass er ein bisschen unsicher war. Und ich fand auch, dass er gegen Dortmund ein bisschen unsicher war. Vielleicht, also nur, weil er ja vorher so gut war. Jetzt ist er in dem Sinne unsicher, weil er halt jetzt vielleicht verteidigt, wie ein Drittliga-Verteidiger, mal zwei, drei Spiele. Aber wie gesagt, er ist jung und vielleicht hat er jetzt auch mal über die Weihnachtsferien ist zum Denken gekommen, wie krass eigentlich dieses halbe Jahr für ihn war. Weil jetzt kommt er vielleicht sogar in die Nationalmannschaft. Ja, jetzt kommen die Vertragsverhandlungen von allen Seiten. Ich möchte nicht wissen, wie oft sein Telefon klingelt. Das musst du in dem jungen Jahre erst mal abschalten. Also ich fand ihn einen kleinen Unsicherheitsfaktor gegen Amir Bielfeldt, gegen uns. Zum Glück ist es nicht, ja, zum Glück ist trotzdem nichts passiert. Und Respekt an Ennox. Ich hätte ihn schon nach 30 Minuten, ehrlich gesagt, gegen Ziegele ausgetauscht. Aber in der zweiten Halbzeit war er wieder sehr, sehr souverän. Und dann musst du auch erst sagen, Wahnsinn, was so ein Trainer quasi auch ja, auf sich schultert. Weil vielleicht hat es, der Ennox hat es bestimmt auch irgendwie bemerkt. Aber er hat das Vertrauen zu seinen Leuten und deputiert ihn eben nicht so, wie ich es machen würde und nach 30 Minuten auswachsen, sondern er weiß, der kann das. Der kriegt sich wieder gefangen. Vielleicht rede ich in der Halbzeit nochmal mit ihm. Und dann spielt er eine saubere zweite Halbzeit. Und das bringt ihm ja in seiner Entwicklung viel, viel mehr, als wenn du ihm vorher natürlich sagst, hey, du hast Scheiße gespielt, ich wechsle dich jetzt gegen Ziegele aus. Andererseits finde ich es ein bisschen schade. Ziegele hätte sich auch viel mehr Einsätze verdient. Aber Ballers und Bräunig sind halt einfach gesetzt. Und ich war auch sehr kritisch, warum Ballers gespielt hat. Aber gegen Bielefeldt einwandfreie Leistung. Gegen seinen Gegenspieler es war ja auch nicht irgendwer. Ja, und ich glaube, man hat Ziegele durchgespielt. Genau, und das war natürlich auch Belastungssteuerung, aber andererseits ist es halt auffällig, dass immer nur Ziegele in der Belastungssteuerung drin ist und Leute wie Kruta oder so drei Spieltage durchspielen dürfen. Ich habe keine Fakten, aber es war nicht nur Belastungssteuerung. Weil ich saß im Medienzentrum in Dortmund drin und habe Aufstellungen gesehen und habe Hannes gefragt, quasi Ziegele oder Ballers wahrscheinlich Belastungssteuerung. Ja, sagen wir Belastungssteuerung. So ungefähr. Also ich weiß keine Details, keine Ahnung, aber ich glaube, da gibt es schon mehrere Faktoren. Es kann einfach sein, was die Gegner für Stürmer haben, ob der vielleicht ein bisschen schneller ist und deswegen ist Ziegele besser als der alte Ballers, wobei ich jetzt nicht weiß, wie die Sprintstärken der beiden sind in Realität, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass man da auch auf den Gegner sich ein bisschen einstellt und natürlich kommt dann die Belastungssteuerung mit rein. Ich möchte ganz kurz auf dieses Bräunig-Ding noch einhaken, weil ich war echt überrascht, als ich das im Discord beziehungsweise auch heute gelesen habe, weil ich habe Bräunig nicht schwächeln sehen. Also klar, er war sicher nicht immer, gerade gegen Ferl, glaube ich, war auch beteiligt bei dem Gegentor, weil ich da auch unseren neuen Helden, den müssen wir nachher noch ansprechen, in Weidi, nicht komplett schuldfrei sprechen würde bei dem Gegentor gegen Ferl, aber es auch nicht komplett alleine in den Kopf halten lassen würde. Ich möchte Bräunig eigentlich jetzt gerade so seit der Winterpause, seit unserer Weihnachtsfolge, möchte ich Bräunig eigentlich so als Spiel der Saison etablieren, habe ich mir vorgenommen, weil ich immer wieder beeindruckt bin. Du musst einfach sagen, also du hast es selber gesagt sogar, ja, Bräunig spielt immer, die anderen beiden tauschen durch. Die anderen beiden sind, glaube ich, 24 und der andere ist über 30 mit Ballast und der Junge ist 19 Jahre alt und hat gegen Bielefeld ein Kloß wegverteidigt. Er ist 20 geworden, glaube ich, Oder 20, aber er hat ein Kloß wegverteidigt, mehr oder weniger und mir ist mir tatsächlich im Bielefeld-Spiel in der ersten Halbzeit zweimal positiv aufgefallen. Ich stehe aber auch auf der Hans-Jakob-Tribüne, also ich habe jetzt die negativen Szenen habe ich jetzt nicht bemerkt. Deswegen war ich das erste, also gegen Ferien war ich auf der Hans-Jakob gestanden und habe nichts von dem Spiel bekommen. Deswegen habe ich mich dieses Mal neben den Turm von gehockt und ich fand es schon, also zwei, drei Unsicherheiten und deswegen habe ich gesagt, uiuiui, du bekommst schon was mit, aber du bekommst am meisten nur die Highlights mit so ungefähr, klatsch, klatsch. Aber wenn man schief läuft, weißt du nicht, wer schuld ist. Wobei ich aber jetzt mir gar nicht mehr so sicher bin, ob Bräunig wirklich Kloß wegverteidigt war. Ich war der Mann in das Ballastmeer und Kloß dran gekriegt. Ja, genau, Ballast war eher am Kloß. Das meinte ich jetzt auch nicht 19 Minuten, aber es gab Situationen im Laufduell oder sonst wo du gedacht hast, oh shit, der spielt jetzt hier gegen einen erfahrenen Mann und sonst irgendwas und da war er ein paar Mal wirklich gut zur Stelle auf jeden Fall in der ersten Halbzeit. Ich denke mal bei Bräunig unterm Strich einfach nur, wie du schon sagst, er hat eine brutale Hinrunde gespielt eigentlich, wie du sagst, so Kandidat für Spieler der Saison und wenn er halt natürlich dann mal nicht so stark ist, dann fällt das halt gleich auf. Und wie du gesagt hast, weil wir so frisch fallen in der Verteidigung, ist es halt, weil wir diese Luxussituation Ziegele haben. Ich meine, man könnte jetzt analysieren, wie der Philipp schon gesagt hat, warum Ziegele vielleicht nicht gespielt hat oder mal Ballast und Ziegele, aber diese Analysen oder diese Vermutungen, die man da anstellen kann, das ist halt, keine Ahnung, Fußballmanager-Niveau, weil da könnte man sagen, ja Ballast wollte ja immer vor Stamm spielen, da war er mal beleidigt, wenn nicht, aber dann kannst du Ziegele in Andep verbrennen, der war ja nur bei Zwickau, der war ja bei Karlsruhe, aber das glaube ich, hat weder Hand noch Fuß, wenn man das jetzt so... Alles, was du gerade gesagt hast, ist keine Grundlage von Joe's Entscheidung, der geht da glaube ich eher aufs Training und vielleicht auch auf den Gegner und auf was der Spieler gerade braucht, also gerade beim Ballast, glaube ich, ist es schon oft auch Belastungssteuerung, dass du mal schaust, ob du jetzt auswechselst oder ob er mal eine Pause bekommt, aber Beispiel Dresden zum Beispiel, wo es auch ein richtiger Close Call war, das habe ich mitbekommen, da habe ich auch Tüpfung gemacht, eigentlich wollte er, glaube ich, Ballast ursprünglich von Anfang anbringen, hat dann Ziegele gebracht, das hat Ballast fürchterlich genervt, also, ich glaube, er hat jetzt nicht hier irgendwie groß angefangen rumzubeleidigen oder sonst irgendwie, sonst wäre er nicht eingewechselt worden, aber er hat sich halt, er war halt richtig angefressen und wurde dann eingewechselt, wollte unbedingt gegen seine Ex-Fahrer reinspielen, hat das Tor gemacht, das Entscheidende und so kann es halt auch gehen, also du kannst Spieler auch mal, selbst wenn du es richtig machst, selbst wenn sie nicht spielen, kannst du sie dadurch eigentlich fast motivieren, wenn die Teamchemie stimmt und wenn der Trainer das richtig hingedreht bekommt, das finde ich, ich glaube, da Jody ist ja ziemlich gut. Darum, wie du es ja gesagt hast, das, wo ich da gesagt habe, es hätte halt keine Hand und Fuß solche Sachen, weil das ist irgendwo ein Graf und weil du es ja gesagt hast, Joe bekommt das gut hin, ich erinnere mich, das hat mir eben der Max damals auch in der Mix, sondern es war irgendwo, irgendwie bevor Gepard ja zu U21 abgereist, das hat er noch in der Mix so auf Joe gewartet, weil sich von Joe verabschieden wollte und Joe ist anscheinend zu ihm hin und er hat gesagt, mach dir bitte nicht immer so im Kopf, du machst das gut, ich bin stolz auf dich und ich meine, so musst du ja mit den Spielern umgehen können, also ich denke, dass Joe da wirklich ein Spielerflüsteres war im Loch, bei dem ich jetzt sage, okay. Ich wollte noch schnell die Anekdote vom Wochenende erzählen, wo wir noch mit Joe rumgelabert haben und da hat ja der MZ, nee, ich weiß nicht, ob es von der MZ oder von der RZ war, der Redakteur gefragt, ob er quasi auch gerne Eishockey schaut und dann hat er gemeint, ja eigentlich schon, er ist ein riesen Eishockey-Fan, hat erzählt, wie er in den USA Eishockey-Fan ist und so und da hast du dir gemerkt, das habe ich mir nicht gemerkt und dann hieß es ja, ob er schon mal bei den Eisbären war, weil die sind ja gerade auch gut und dann hat er gesagt, das ist immer blöd, weil die spielen immer freitags oder samstags, ist halt dumm für ihn, für ihn wäre halt Sonntag gut oder irgend sowas Dienstag oder Mittwoch, wenn kein Spieltag unter der Woche ist und dann hat der Redakteur gemeint, ja das trifft sich gut, weil morgen spielen die quasi am Sonntag und dann hat er gesagt, ja aber morgen habe ich schon mit meiner Frau ausgemacht, dann habe ich reingedrollt, ja dann nimmst du halt mit, Date Night und dann hat er gemeint, du bist nicht verheiratet, oder? Treffer versenkt. Treffer versenkt, Treffer versenkt und ich meine, er ist ein unfassbar sympathischer Kerl, er kommt glaube ich echt gut mit jungen Leuten zurecht, obwohl er nicht die Vaterfigur verliert, weißt du was ich meine? Er ist halt so ein, ja weiß ich nicht, wie nennt man das? Ja so ein Typ, der halt die ganze Zeit, Kumpeltyp, der mit Dead-Jokes lebt, ja und vor allem auf Augenhöhe, also ich weiß nicht, wie es mit dem Spielnamen ist, aber wird es eh nicht sein, ich selber habe mit ihm noch nicht das Vergnügen gehabt, aber ich habe es von so vielen Leuten gehört, die ihn teilweise, da war der zwei Tage da, hat er die auf dem Parkplatz getroffen, hat keine Ahnung, wer da gegen ihm gemütlich steht, stellt sich vor, sagt wer er ist, fragt die Leute, was sie hier machen, hat Interesse an deren Job quasi, was die überhaupt hier in den Komplex Jahren irgendwie zu tun haben, also überhaupt nicht abgehoben vor allem und ja, wirklich auf Augenhöhe und wie du sagst, auch immer lustig, das kriegt man ja auch von außen über Pressekonferenzen oder sonst irgendwas mit, dass da die Laune auf jeden Fall sehr gut ist, das ist halt auch immer vom Vorteil, wenn du gerade in einem, ja, ich will jetzt nicht Aufstiegsjahr oder sowas beim Verein bist, aber zumindest in einem Jahr, wo es gut läuft und wo du nicht irgendwie gegen Abstieg spielst und jedes, wenn du das drei Jahre in Folge machst, so wie es beim Mehrsatz war, irgendwann bist du halt der Grießkram, weil du kannst nicht jede Woche hier schöne Anikdoten erzählen, wenn du jede Woche verlierst. Ganz klar, andererseits gibt es bestimmt auch Trainer und da fallen mir so zwei, drei in der dritten Liga ein, die nach dem Hamburg-Spiel schon verbrannte Erde hinterlassen hätten, wenn sie Trainer, die in den Top 3 sind und trotzdem massiv unbeliebt sind, also ich glaube, jeder weiß, wen ich gerade meine. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon tatsächlich. Ja, nein, aber ich bin jetzt mal kurz nochmal so frei, weil du ja eben den Weid, den ich schon angesprochen hast, mir wurde zugetragen, ich soll etwas vorlesen und darüber diskutieren, das hat mit Alex Weidinger zu tun möchte. Und zwar war der Text folgende, das ist nicht meine Entscheidung, die sollen es machen, wie sie es meinen. Ich kümmere mich um meinen Job, wenn ich im Tor stehe, dann gebe ich Vollgas und wenn die jemanden holen, dann holen die halt jemanden. Wenn wir uns nicht verletzen, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, dass wir noch ein Tor erteilen. Das hat der Alex Weidinger, ich glaube, in der Mixer und gesagt, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Die große Grundsatzdiskussion, bevor wir da noch voll einsteigen, war halt einfach, weil, wie alle wissen, Felix Kappert ist verletzt, längerfristig wahrscheinlich und jetzt haben wir halt eben so, eventuell, und jetzt gibt es halt eben so diese Diskussion. Eben, sag ich mal, das eine Lage, wo man sagt, Weidinger, Fliegenfänger, taugt nichts, wir brauchen unbedingt sofort einen. Die einen, die wo sagen, ja, der kann das, gebt ihm doch einmal Vertrauen und die anderen, die wollen auch sagen, naja, wir könnten schon jemanden für einen offenen Kampf holen, damit er sich beweisen kann. Ich persönlich gehört zu ihm lange, gebt ihm mal das Vertrauen, weil wenn ihm jetzt auch nicht das Vertrauen kriegt, kannst du auch einen Vertrag auflösen, weil wie lange willst du ihn sonst auf der Bank schmoren lassen, wenn es immer nicht passt. Und mich nervt halt persönlich auch einfach dieses Ding, dass er seitdem von diesem, es tut mir leid, Blender-Coach Wagner, nicht gescheitert ist, überall alles gescheitert gilt. Weil wie gesagt, ich habe da ein Spiel mal mit Wagner und ihm beobachten dürfen, der war einfach, fand ich wahnsinnig. Wie redest du denn vom Co-Trainer der Deutschen aus der Mannschaft? Genauso wie ich ihn empfinde. Ich bin auch der Dieter Hammann in dieser Geschichte wahrscheinlich. Und wie gesagt, die andere Sache ist halt mit dem offenen Kampf klar, Konkurrenzkampf ist wichtig. Aber ich stelle mir halt einfach vor, also wie fühlst du dich als Alex Weidinger, wenn du jetzt mal die Chance bekommst und die erste Reaktion, die ist, ja wir brauchen ein Top-Talent, weil du reichst uns nicht. Finde ich persönlich klar. Man kann sagen, ja das ist nichts gegen Weiding. Ich persönlich würde mich da ziemlich vor den Kopf gestoßen fühlen. Finde also, je nachdem natürlich klar, muss man jetzt noch genauer beobachten und man hat ja jetzt auch die Spiele zum Beobachten gehabt. Ich persönlich finde, man kann eigentlich mit Weidinger ohne großes Bauchweh in die restliche Saison gehen. Wenn man natürlich jetzt einen dritten Torhüter findet, der Sinn ergibt, also entweder gleich einen Urbic nochmal geliehen oder einen erfahrenen Torhüter, der da ein bisschen ergänzt, dann wäre ich da ganz dafür. Lustige Beobachtung vom Turmfunken übrigens. Da hat jemand, der Matze hat kommentiert und hat gesagt, wir brauchen jetzt einen robusten Spiel. In dem Moment kam Philipp Ciauner von den Auswechselspielen angesprintet in seinen Fußballschuhen. Was wäre mit ihm? Ciauner wäre natürlich eine geile Lösung, aber eigentlich wäre die perfekte Lösung immer wie Kirsche. Leider ist er ja jetzt oder auch wahrscheinlich schon in der Rente vielleicht auch nicht mehr fit, aber ich sehe es wie du. Also wenn du jetzt nicht Weidinger als Nummer 1 belässt, wann dann? Also er hat so viel für diesen Verein getan. Er hat immer wieder zurückgesteckt und jetzt zeigt er auch gerade Leistung. Vor allem nach dieser englischen Woche, finde ich, kannst du ihn nicht mehr demontieren. Und das große Problem ist halt, was ist, wenn Weidinger sich verletzt? Keiner möchte, glaube ich, mit Cook in die Restrunde, weil der war teilweise auch in der U21 nicht so gut, was man gehört hat. Also bräucherst du irgendjemanden, der sich hinter Weidi einsortiert und dann aber auch ohne Murren, ich weiß es nicht, dann ist der Vierter am Ende oder Dritter Torwart und Cook wird Vierter. Das ist eine ziemlich beschissene Situation. Vielleicht sollte man beim Verein nochmal nachfragen, wie lange man denn den Gepard denkt aus, dass er ausfällt. Das hat jetzt die letzten zwei, drei Wochen nach der Operation niemand mehr gefragt, weil es gibt auch Meniskus-Operationen, wo du nach sechs Wochen wieder zum Trainieren anfangen kannst. Ich weiß nicht, wie schlimm es war. Das wäre vielleicht die allererste Frage, weil wenn der nach sechs Wochen wieder trainieren kann, würde ich keinen mehr holen. Dann würde ich diese Risiko eingehen. Ich glaube zu wissen, dass sie genau das hoffen. Also ich habe das nicht mit Brief und Siegel bekommen, aber so hat sich das für mich angehört, dass wirklich das gehofft wird. Es ist ein Meniskus-Riss, es ist eine Scheiß-Verletzung für einen Profisportler, aber so was ich den Jahren da gehört habe, war, wie es verlaufen ist, wie es operiert wurde, auch für welche Operation er sich entschieden hat. Nämlich die, die kurzfristig gut ist, aber langfristig scheiße für ihn. Also es ist eigentlich alles für den Jahren gelaufen, nachdem es halt scheiß gelaufen ist für den Jahren, weil er sich verletzt hat. Bisher. Aber trotzdem, so eine Reha kannst du nicht ja vorhersehen. Und wie gesagt, es ist ein Meniskus-Riss. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass du dich da verletzt, Operation, Reha und nach sechs Wochen merkst du, oh scheiße, es geht nicht, wir müssen dann nochmal das Knie aufmachen. So ungefähr. Also es kann alles passieren. Und in sechs Wochen ist das Transferfenster nicht mehr offen. Dann kriegst du nur noch irgendeinen 40-Jährigen oder einen Schauner und ich glaube, dann schauen, er möchte nicht mehr. Wenn du den mal seinen Rücken gesehen hast, ich glaube, der kann noch gar nicht mehr, der geht ja so, der muss im Grunde. Ich glaube, der wäre ein perfekter Eishockey-Tor, aber der kommt nicht vorbei. Der möchte mit Tim Wiese wrestlen, aber der möchte nicht mehr Tor sein. Aber da sind wir bei dem Punkt, wo ich jetzt einfach nochmal trotzdem, weil es mir einfach wichtig ist, weil mich diese teilweise, meiner Meinung nach, unberechtigte Kritik und weil die wirklich aufregend einfach mal eine Lanze brechen muss, da siehst du einfach mal wieder, was wir für ein Glück mit ihm haben, dass er sich so ohne zu murgen hinten anschaut. Ja, jetzt kann man natürlich viel sagen, der würde aber sonst auch nichts finden. Geh doch zu Donnerstauf. Ja, aber das kann halt auch dann irgendwo nicht immer die Begründung sein, weil dann wäre er gegangen, wenn er so selbstbewusst ist. Also ich will jetzt nicht falsche Tatsachen verbreiten, aber ich glaube, wenn ich die Jahre richtig im Kopf habe, er war ja zwischendurch ausgeliehen. Ich glaube, der Weidinger war jetzt weniger lang bei uns auf der Bank, als jetzt, keine Ahnung, Christian Rensing oder irgend sowas bei Bayern haben, sondern da hat auch nie jemand gesagt, ja, was der für diesen Verein getan hat, weil er immer nur auf der Bank sitzt und sich unter... Also ich war lange ein großer Weidinger-Kritiker, war alles, was ich von ihm gesehen habe, mich halt nicht überzeugt hat. Vor allem halt auch die Zeit in Haching, was man da so mitbekommen hat. Das hat man halt ihn in meine... Also das Bild von Weidinger, als ich hatte, hat das wirklich komplett bestätigt beziehungsweise, ja, fast noch zerstört, nochmal ein Signativ gezogen. Dann aber in dieser Saison im Totopokal, wo er wirklich mich jedes Mal überzeugt hat. Klar, das waren Unterklassegegner, aber er hat mich jedes Mal überzeugt mit seiner Leistung, mit seinem Auftreten vor allem, wie er an das Ganze rangegangen ist. Und ich bin mittlerweile auf einen Fall noch ein Weidinger-Gegner, aber ich würde mich da schon auch als Realist einschätzen und sagen, du musst wahrscheinlich noch einen holen, so wie der Verein ist ja auch kompensierter für den Fall, dass was passiert. Es kann sich auch Weidinger verletzen, es kann da erst mit Gebheit länger dauern, was auch immer, dass du einen Dritten hast. Weil, wie Robert schon gesagt hat, ich glaube auch, dass... Ich glaube, Cook war nie dafür vorgesehen, dass er mal auf der Bank sitzt. Ich glaube, er wird geholt, um ihn um 21 zu tun und zum Beispiel zu schauen, der ist vielleicht, der hat noch Talent, vielleicht kann er den nächsten Schritt machen. Den hat er aber auch nicht gemacht, nach allem, was ich gehört habe. Ich habe ihn in der Vorbereitung gesehen, ich habe ihn bei einem 1.21-Spiel gesehen. Ich war sehr wenig beeindruckt. Ich habe das von allen Ecken gehört, dass man mit ihm nicht beeindruckt ist. Der kann sich schon noch entwickeln, die nächsten Jahre vielleicht. Also, der hat Talent auf jeden Fall. Aber der ist keiner, der jetzt hat... Torwart ist eine Position... Das ist halt scheiße. Du bist nicht jedes Spiel mal für 20 Minuten eingewechselt. Du spielst entweder oder spielst nicht. Aber, wenn der Tor ausfällt, ist es genauso scheiße für den Verein, weil du hast normalerweise nicht zwei Gleichwertige. Du kannst ihn nicht einfach so ersetzen und wenn du aufsteigen willst, musst du schon erwägen, wenn ich jetzt hier keinen Tor bekomme, der ungefähr so gut ist wie der Weidinger, der sich unterordnet, aber einen bekomme, der mindestens genauso gut ist und der in Konkurrenzkampf gehen würde, nehme ich den nicht vielleicht doch. Wenn einer verfügbar ist, glaube ich, kannst du als Verein nicht Nein sagen. Und wenn er dann besser ist, muss der auch spielen. Und ich glaube auch, dass der Weidinger das versteht. Also, das, was du gerade vorgesagt hast, das Statement, das ging ja auch alles in die Richtung, finde ich auch alles wichtig, das ist das, was man als Spieler so sagt, zu einem Floskeln, ja, der Verein muss wissen, was er tut, ich schaue auf mich, bla bla. Der letzte Satz war dann ein bisschen schwierig, der letzte Satz war dann, ja, er glaubt nicht, dass man einen holen muss, finde ich auch noch okay. Weiß es auch nicht, kann auch sein, dass es im Kontext noch ein bisschen anders war. Aber, ja, am Ende, wie gesagt, ich glaube, als Verein, wenn du einen bekommst, und das ist ein großes Wenn, der mindestens gleichwertig ist, musst du ihn holen und ansonsten musst du schauen, dass du irgendeinen bekommst, der besser ist als Cook, damit der sich auch die U21 kürzeln kann und du einen Backup hast, weil die ausfällt. Also wir hoffen es nicht, aber das kann passieren, dass er auch ausfällt. Da bin ich voll bei dir und ich wollte halt einfach nochmal klarstellen, und das willst du wahrscheinlich auch sagen, dass er drei fantastische Spiele gemacht hat und du hast jetzt vorhin gesagt, vielleicht die WL-Geschichte nicht. Da kann man es auf die Seite abtropfen lassen, nicht nach vorne, aber als Torwart gehst du eigentlich davon aus, dass dein Innenverteidiger bis zu dem Moment den Gegner schon gestellt hat. Das war eben auch ein Bräunigbock, tatsächlich, finde ich. Also da war er nicht an seinem Gegenspieler dran, er hätte den Kopfball an den zweiten gewinnen müssen. Aber ja, ein Weltklasse-Torwart wehrt den auf die Seite ab. Aber ansonsten, die Reflexe gegen Dortmund hat er uns zwei-, dreimal im Spiel gehalten zum 1-0. Deswegen habe ich immer gesagt, eigentlich wäre, also ich möchte allein schon 1-1 spielen, damit der Weidinger das Gefühl hat, er hat diesen Punkt selber geholt. Weil ich kenne das ja als Torwart auch, wenn du richtig überragend gut spielst, du verlierst trotzdem 1-2-0, dann zieht dich das runter, weil du immer gedacht hast, ja, ich habe uns doch im Spiel gehalten, jetzt schieß doch dieses scheiß Tor endlich. Und ich hätte es nicht gedacht, dass er drei Spiele, ich meine, du sagst es ja, war ewig auf der Bank gesessen, keine Spielpraxis und dann musst du mal eine englische Woche überstehen, selbst als Torhüter. Und das erste Spiel hatte ich ein bisschen Angst, tatsächlich, die ersten 4-5 Bälle, die er selbst aus Abstoß und so rausgehauen hat, die waren haarsträubend schlecht. Aber zum Beispiel, das Tor, was uns gegen Bielefeld zurückgepfiffen worden ist, kurz vor Abpfiff, 3-0 hätte das werden können, das wäre Assist Weidinger gewesen. Und er hat auch eine andere Chance eingeleitet. Also er hat, glaube ich, zwei Chancen eingeleitet im Bielefeld-Spiel. Aber genau, gehen wir einfach mal genauer drauf ein. Also ich habe... Beim Elfmeter wäre übrigens auch dran gewesen, wäre nicht der Elfmeter. Der hätte ja auch rausgeholt. Zumindest hat er ja die Seite, ob er ins Eck gekommen wäre, wäre die andere Frage. Und Philipp, ich lasse dich das gleich ausführen, bloß ich möchte mich nur kurz zu was von dir einhaken. Wie gesagt, mir ist halt einfach auch nur mal wichtig, dass man das einfacher betont, man muss jetzt als Verein Weidinger keine Gedenkstatt drüber. Aber dass man das einfach auch schätzen weiß. Plus, aber wie du auch sagst, natürlich, wenn du einen gleichwertigen oder einen besseren Ersatz bist, dann musst du schon fast zuschlagen. Und wie du hast das einfach, finde ich jetzt viel schöner erklärt, weil bei manchen anderen hast du, naja, Konkurrenzkampf, das passt dann schon. Ja, ein Konkurrenzkampf, dass sie sich wirklich ankurbeln, Old Austin und Weidinger einen holst für den Konkurrenzkampf in Anführungszeichen und dann setzt du ihn trotzdem einfach vor die Nase. Plus, das wäre ja ein Hot Take, wo man mal drüber nachdenken könnte, man weiß ja nicht, wer weiß, ob Gap hat nächstes Jahr noch da ist. Klausel, Rückholen von Basel, who knows. Und wenn du natürlich dann jetzt schon, was weiß ich, in der Pipeline wieder gesagt, von mir aus nochmal so einen Urbik bekommst für eineinhalb Jahre. Why not? Aber Entschuldigung. Aber man muss unterm Strich ja mittlerweile schon die Vorschlusslorbeeren behalten, dass jemand wie Joe Enox das schon damit umgehen kann und das auch kommunizieren kann im Zweifel, wenn ein besserer Torwart kommt und den Weidinger wieder auf die Ersatzpackstelle. Und man muss jetzt sagen, jetzt ist ja die Situation nochmal eine andere. Jetzt hat er ja drei Spiele gespielt, also er kann sich das auch in die Vita schreiben und ich glaube, für den Weidinger war es auch wichtig, mal drei, vier, fünf Spiele als Torhüter beim Jahn zu spielen, allein schon, um es in seine Vita zu schreiben, weil er ist wahrscheinlich auch Jahn-Fan. Und er hat vorgestern zu null gespielt und auch gegen eine auf dem Papier sehr starke Mannschaft, die dieses Jahr natürlich richtig reinscheißt, wie jedes Jahr in den letzten drei Jahren Amina Bielefeld, aber trotzdem gegen einen richtig guten Stürmer, mit der er mit allen Wassern gewaschen ist, also das nimmt ihm keiner mehr und ich muss auch sagen, ich habe, ja, ich stamm bei zwei von diesen drei Spielen nur auf der Hans-Jakob, aber gerade auf dem, gerade bei dem Spiel gegen Verl und auch bei den Folgen auf dem Torwart habe ich sehr genau geschaut, weil ich mir auch beim Aufwärmen schon gedacht habe, der braucht einfach ein Selbstvertrauennetz. Das ist richtig wichtig auch, dass er den Support bekommt und den hat er auch bekommen, glaube ich, von der Tribüne, aber halt vor allem auch von seinen Teamkollegen, das hast du auch, habe ich genau hingeschaut, hast genau gesehen, wie er abgeklatscht wurde, dass jeder eben nochmal einen mitgegangen hat, so ungefähr, die wollen alle, also auch im Trainerteam, die wollen alle, dass der Weidi jetzt hier quasi das Beste rausholt natürlich und sich beweist und das ist auch ein ziemlicher Druck, also das ist für mich ein größerer Druck, als wenn du als Nummer 1 geholt wirst und dann, ja, bist halt die Nummer 1 und wenn du verkackst, weißt du, der ist eh nicht gut, dann spielst du halt trotzdem und so weiter, aber der hat jetzt gerade wahrscheinlich die letzte Chance hier nochmal Drittliga-Fußball oder besser zu spielen in seinem Leben beziehungsweise wenn er es jetzt gut macht, kann er das vielleicht auch in 5 Jahren noch machen oder in 3 Jahren noch machen oder vielleicht sogar nochmal einen Verein wechseln, möchte ich eigentlich nicht, aber ich habe das gerne auch so einen Local Player da, wenn es noch auf der Bank ist, aber wie gesagt, also das ist gerade eine riesen Chance für ihn, weil wenn er die nicht nutzt, das ist halt auch klar, dann wird es nichts Besseres als Regionalliga mehr werden wahrscheinlich für ihn und an den Druck können auch manche zerbrechen, das muss man jetzt auch sagen und das ist er definitiv nicht, weil man sich die Spiele so anschaut, also Torwartaktionen finde ich, kann man auch von Hans-Jakob beurteilen, wer jetzt im Kopfball-Duell da jetzt versagt hat, weiß ich meistens nicht, aber ich finde, auf der Linie ist er richtig stark, auch gegen Dortmund, das habe ich dann kommentiert auch, hat er uns dann definitiv im Spiel gehalten, da stimme ich dir komplett zu, den einen unhaltbaren, den er gegen Fähl rausgeholt hat, der wäre halt eigentlich reguläres Tor gewesen, aber auch den, wenn er die nicht rausholt, verlieren wir das Spiel, muss man auch dazu sagen, also es war zwar ein reguläres Tor, aber da hat er uns trotzdem den Punkt gerettet, kann man so sagen, wo ich ihm auf jeden Fall noch Schwächen attestiere, ist, wie du gesagt hast, in der Spieleröffnung, das ist auch ganz klar, dass er da jetzt nicht wie jemand, der irgendwie mit 19 von irgendwelchen Nachsitulungszentren in die zweite Liga aus oder in die dritte Liga ausgeliehen wird, damit kann er nicht konkurrieren, also der ist nicht so ausgebildet worden, der hat nicht jede NLZ-Stufe durchlaufen, das ist halt ein Regensburger Junge, der ja beim Jahren groß geworden ist, wir haben uns rein einen schlechten Tor-Trainer gehabt, aber trotzdem kannst du das nicht vergleichen, also der ist mit dem Fuß, wird er auch nicht mehr so gut wie jetzt Gebhardt oder Urbeck oder sowas. Oder Kersken. Ja, gutes Beispiel. Genau, auch der hat es deutlich schlechter gemacht als er. Und letzter Punkt, das finde ich, muss er noch verbessern, hat er auch schon teilweise besser gemacht im Spielfeld, das ist glaube ich auch viel Selbstvertrauenssache, weil er wird natürlich auch sehr stark angelaufen, das hast du auch gemerkt gegen Fjell, das hast du auch gemerkt in Dortmund, der wurde natürlich ein Schwachschüler kam, beziehungsweise der wird getestet jetzt, weil jeder weiß, auch jeder gegnerische Trainer weiß, das muss der wissen, hey, den prüfen wir heute mal richtig. Genauso wie es halt Garnhaus und Feed bei Kerstin auch gemacht haben, mit Erfolg. Genau, und letzter Punkt, rauslaufen. Also er hat jetzt nicht krasse Fehler beim rauslaufen gemacht, aber man hat halt gemerkt, er läuft nicht raus. Also er bleibt mir zu sehr auf der Linie, ist besser als wenn er irgendwie vorbeispringt, aber ich glaube auch, wie gesagt, ich habe es nicht so im Detail gesehen, aber ich kann mir auch vorstellen, also diese Fährszene, dass er da irgendwie, wenn er besser im rauslaufen agiert, sag ich mal, dass er den vielleicht sogar entschärfen kann und ein paar andere Szenen, glaube ich, werden gar nicht passiert bei anderen Torhütern, weil die das durch rauslaufen vorher schon entschärfen oder, ja, anderweitig lösen. Das ist nur mir so aufgefallen, ob das so in der Gänze stimmt oder das ein Tortrainer auch so sieht, weiß ich nicht. Das sind Sachen, wo er sich verbessern kann. Das sage ich nicht, er war schlecht, deswegen soll er nicht spielen, aber da, glaube ich, muss er noch an sich arbeiten. Auf der Linie finde ich ihn besser als erwartet eigentlich fast. Ist mir auch aufgefallen, aber gegen Bielefeld wiederum ist er, glaube ich, zweimal richtig gut rausgelaufen, vor allem auch in der Endphase, wo wir nur noch zu Zehnt waren, hat er einen Ball sehr gut nach draußen entschärft. Da war er irgendwo zwischen Fünfer und Sechzehner und da habe ich mir gedacht, boah, da hat er echt Eier bewiesen, weil da würde ich vielleicht als Torhüter dann doch lieber auf der Linie kleben bleiben, was meine Stärke ist. Aber da ist er rausgegangen, hat Zeit von der Uhr genommen, hat eine Verschnaufpause verschafft. Wie du schon sagst, und ich glaube, wenn er jetzt noch, also wenn er jetzt zwei, drei Spiele absolut scheiße spielt, dann wird sein Selbstbewusstsein kack sein. Aber jetzt lass mal gegen Duisburg gewinnen, dann ist denen sein Selbstbewusstsein und das ist ja als Torwart noch viel wichtiger als als Stürmer oder sonst was, ja, dann ist der auf einmal Drittliga-Niveau, wo du vorher gesagt hast, ja, der hat ja nicht mal und dahin in der Regionalliga geholfen. Also, damit würde ich es jetzt gerne auch mal beenden. Ja. Wir haben ja noch zwei andere Sachen zu diskutieren, aber ich glaube, da lag die kurze Meinung bei unseren Neuzugängen. Mich würde ja was anderes kurz interessieren, und zwar, weil wir gerade eben bei dem Thema waren, wo er sich verbessern könnte oder verbessert hat. Nur mal kurz so, welche Spiele haben sich in euren Augen eigentlich auch noch so verbessert über die letzten Spiele, über die letzten Monate, einfach mal Interesse habe. Weil es ja da oft genug Diskussionen gibt, möchte ich nochmal die Lanze brechen. Einfach auch zum Beispiel in dem Fall für Noah Garnas, der hat zwar immer noch viele Bölle verstolpert, aber er ist ein Entwicklungsspieler, er braucht die Zeit und er macht es auch peu a peu immer besser. Zum Beispiel. Gibt es da bei euch irgendeinen Spieler, wo euch jetzt speziell aufgefallen wäre? Also ich meine, wir haben einen großen Rückblick gemacht im Winter quasi. Jetzt würde ich auf die letzten drei Spiele würde ich sagen, ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch war, ob ich jetzt vorhin auch auf On Air schon gesagt habe, Schönfelder. Also ich habe ihn so auf ihn eingeschlagen quasi vor der Winterpause, deswegen muss ich ihn da jetzt auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, er hat sich eine Gabe geholt und ist früh ausgewechselt worden, glaube ich, gegen Verl. Ja, er war gegen Dortmund gesperrt und ja, er ist gegen Bielefeld auch wieder früh ausgewechselt worden. Anscheinend auch, weil er, glaube ich, leicht angeschlagen war, habe ich jetzt von euch gehört, dass er ein bisschen irgendwas gezwickt hat. Aber ich finde, man sieht jetzt in Ansätzen das, was ich ihm vor der Winterpause abgesprochen habe. Dass er, das, was ich von ihm sehen will, also das, warum wir ihn im Kader haben, warum er eigentlich einer der besten Spiele dieser Liga sein müsste, diese technische Überlegenheit vielleicht auch, dass er mal einen Ball runterstoppen kann, der irgendwie 30 Meter in der Luft war und sowas, da ist ihm jeder zweite Ball versprungen und das erwarte ich beim Garnos oder da sage ich, ja, da sage ich auch was, aber da ist es auch zu erwarten einigermaßen. Der musste es nicht von Anni können. Aber als Schönfelder habe ich eben erwartet, dass das seine Stärke ist und das war es eben nicht in der Hinrunde und das habe ich gegen Verl schon aufblitzen sehen, dass er da mal einen geilen Pass spielen kann, dass er mal den Ball perfekt mitnimmt und sonst irgendwas. Wenn der da weitermacht, dann, glaube ich, wird der für uns noch wichtig, vor allem, weil wir auf dem Flügel nach wie vor, das wird sich auch nicht mehr ändern, nicht so gut besetzt sind. Ich hoffe, dass Tallig da jetzt noch ein bisschen aushilft, dass wir da auch ein bisschen Druck auf die Stammspieler haben, sage ich mal, Schönfelder und Cota tatsächlich auf beiden Flügen, weil ich finde, da sind wir ein bisschen dünn besetzt nach wie vor, so von der Qualität her. Aufgrund des Bielefeld-Spiels ganz klar Christian Vieth, der war in der Hinrunde immer mal wieder untergetaucht und man musste sich viele Argumente überlegen, warum er denn immer Stammspieler ist. Im After-Gespräch mit dem Joe Eindox hat er ja auch gesagt, also Christian Vieth ist wirklich einer der besten Spieler im Kader, aber er hat halt immer Verletzungsprobleme. Die waren sich gar nicht sicher, ob er quasi alle drei Spiele jetzt da durchspielen kann, waren sie ja selber überrascht, dass er quasi drei Spiele machen konnte und dass dann auch das Bielefeld-Spiel, obwohl er ja vielleicht eher auf dem Zahnfleisch geht, sein bestes Spiel dann war am Ende und man merkt jetzt so richtig, dass er den Zehner lebt. Brian Hain wollte ich übrigens auch noch erwähnen. Entschuldigung, ich will vergessen. Ja, Brian Hain, ich glaube, er will ihn auch mehr aufbauen, weil der wurde ja gegen Schönfelder eingewechselt. Da hat Eindox ja explizit gesagt, Brian Hain hat ein super Spiel gemacht und das machst du als Trainer ja eigentlich nicht, sondern eben vielleicht auch, um genau diesen Druck aufzubauen, um einen internen Konkurrenzdruck zu schaffen. Aber für mich ist es erstmal Feed und jetzt, weiß nicht, Hot Take, aber dafür fand ich, wenn wir es jetzt mal ein bisschen negativ betrachten wollen, weil ich bin ja der Grattler hier, Faber hat nicht mehr so die Durchschlagskraft, er läuft immer die Linie runter und dann kommt eine absolut beschissene Flanke oder ein absolut beschissener Pass und sorry, mein Dafürhalten liegt es nicht nur am Faber, sondern irgendwie ist der Milganaus nicht vernünftig abgestimmt. Weil Ganaus steht auch oft hinter seinem Deckungsspieler, läuft, kreuzt nicht und gegen Bielefeld war es besser, vor allem wenn Kota und Faber sich hinterlaufen konnten, aber dann war in der Mitte nichts, in der Mitte ist immer nichts und das fand ich vor allem gegen Dortmund eklatant. Ich glaube, Faber hat vier oder fünf Mal nur lustlos reingeschlagen, weil einfach wirklich niemand da war, der den Ball hätte annehmen können, weil wir uns einfach hinter den Gegenspielern versteckt haben und das hat mir so ein bisschen gegen Bielefeld hat er aber auch nicht mit Ganaus harmoniert. Also immer wenn da Faber, ich habe explizit darauf aufgepasst, immer wenn da Faber quasi den Ball hatte, hat er entweder mit Kota oder mit Feed und später dann eben mit Klapphut ist eingewechselt worden. Ja, harmoniert, aber irgendwie versteht es sich mit Ganaus nicht. Ich hoffe, das stellt sich noch ab und jetzt haben wir ja zum Glück mal eine Woche zum Trainieren, weil ich glaube, das ist keine Absicht natürlich. Ich muss zu Faber noch schnell was sagen. Also bei Dortmund, das ist wieder was, das kann ich gut, glaube ich, was dazu sagen, wenn ich eben das Spiel kommentiert habe und bei Dortmund ist es halt eklatant aufgefallen. Ja, wie du gesagt hast, in der ersten Halbzeit, ich glaube, das war aber tatsächlich vielleicht sogar taktische Vorgabe von außen. Ich finde, wir haben die falsche Ergangsweise am Flanken gehabt. Also es waren ein paar Szenen, wo Faber hätte aus dem, was er eigentlich sehr gut macht, die sich aus dem Halbfeld zu flanken hätte können, also ein bisschen kurz vor dem 16. Eck noch, dann aber nochmal einen Schlenker macht und dann wird die Flanke geblockt. Dann ist der Gegenspieler da. Davor hat er das Fenster gehabt zum Flanken, hat er verpasst. Dann, wenn die Flanke kommt, ist der Gegenspieler da, ist sie geblockt und Eck bringt nichts ein oder Einwurf bringt nichts ein. Chance vorbei. Aber was man auch sagen muss, also man kann nicht sagen, dass der, meinbar nach, dass der Faber irgendwie groß nachgelassen hat, weil ich glaube, er hat einen Weltrekord aufgestellt im Spiel gegen Dortmund. Er hat sechs gelbe Karten gezogen gegen sich. Also wirklich, das war eine sechstaktische Voraussetzung. Ich glaube, jedes wird mit Gelb belangt. Also beim Schiedsrichter, der zwar übelst kleinlich war, aber eigentlich die Gegner gar keine Gamecard zeigen wollten irgendwie das ganze Spiel. Aber das war wirklich alles so klar. Der läuft von hinten, hat die komplette Seite vor sich, wird gezogen Gelb und das ist einfach viermal in Folge passiert, glaube ich, in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte auch irgendwie schon zweimal und dann kannst du nicht sagen, dass der Spieler heute schlecht gespielt hat. Also wirklich, wenn diese sechs taktischen Foulsiege gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich drei Tore geschossen. Ja, ich übertreibe ja manchmal, aber die letzte Konsequenz, der letzte Pass, die letzte Flanke, wenn das noch passiert wäre, schießt du da die Dortmunder 2-3-0 raus und deswegen sage ich ja, vielleicht ist es nicht unbedingt ein Fahrer seine Schuld, sondern vielleicht muss die Woche halt einfach ein bisschen auch noch diese, jetzt ist Garnhaus eh gesperrt, aber diese Abstimmung zu den Stürmern, weil die Stürmer einfach immer gedeckt waren. Oder vielleicht kann ich jetzt kurz die Brücke schlagen zum Dortmund-Spiel, weil ich glaube, über Ferl und Bielefeld haben wir jetzt recht viel geredet, aber das Dortmund-Spiel noch nicht ganz. Nur kurz eins, weil ich eher so, sagen wir das, ich glaube, dass Farber nicht nachgelassen hat, sondern einfach vielleicht von diesem Top-Level, wo er jetzt einfach mal sich auf einen normalen Level eingependelt hat und dann bist du halt irgendwo vielleicht bei diesem Duell, wo du sagst, Entwicklungsspiele, Garnhaus, trifft auf einen normalen Level-Farber, der dann vielleicht auch nicht so auf ihn eingehen kann. Ja, oder die Gegner haben sich jetzt auf Farber eingestellt, das ist wahrscheinlich eher das. Also das war ziemlich sicher taktische Anweisung. Der wurde teilweise getrippelt dann vor dem Flanken, deswegen sage ich ja, in der zweiten Hälfte haben wir auch versucht, früher zu flanken, glaube ich, dann genau das, was mir aufgefallen ist in der ersten Hälfte. Also ich glaube schon, dass das auch taktisch dann die Reaktion von Enox drauf war, dass eben der Gegner auf Farber reagiert hat und deswegen wollte ich noch die Brücke zum Dortmund-Spiel schlagen, weil ja, ich glaube, mehr werden wir über die Spiele nicht mehr reden, sondern eher Richtung Ausblick dann. Ich fand, das Dortmund-Spiel jetzt vor allem im Hinblick auf gestern Abend auch, wo Dresden auch gegen Dortmund verloren hat, darf man nicht überbewerten, dass wir da jetzt mal auswärts verloren haben, sondern es war ein scheiß Spiel, es sah vor allem scheiße aus für den Zuschauer, erst recht für neutrale Zuschauer, genau wie es Hinspiel, aber es liegt ja auch einfach daran, dass es eine richtig gute und abgezockte Mannschaft ist. Die sind zwar verdammt jung, die Dortmunder, aber, also, da geht es nicht nur um taktische Fouls, was die da wegverteidigen und ja, auch welche Gefahr, die nach vorne haben mit dem Polmann oder mit dem Hedver, den sie dann später eingewechselt haben und mit dem Elongu Jombo, der auch gegen Dresden getroffen hat, gegen Dresden jetzt, du kannst da auch nicht mit offenem Visier ins Messer laufen, also machen wir halt dieses Jahr auch nicht, auch nur, weil wir nicht jetzt irgendwie von Ampfiff auf ein volles Risiko gehen, wenn du volles Risiko gehst gegen die, dann, ja, vielleicht machst du ein Tor, vielleicht kassierst du es aber auch wie Dresden das Erste gleich, die haben sich deutlich mehr Chancen bei der Dresdner, die haben es am Ende verloren. Wir haben es 1-0 verloren wegen dem Elfmeter, also das ist für mich trotzdem, von den Chancen her, ist für mich ein gefühltes 0-0, auch wenn Dortmund danach noch ein paar gute Chancen hatte. Ja, wir waren zu lange, glaube ich, zu vorsichtig, haben zu lange nichts riskiert, im zweiten Halbzeit hat es besser ausgesehen, dann kam das Gegentor, dann ging gar nichts mehr, aber für mich war das auch wirklich taktisch, wie die eingestellt waren, weil es eine Meisterleistung von Dortmund und sorry, wenn du in vier Tagen den jeweils ersten der Tabelle zu Start des Spieltags schlägst, dann, ja, ist das schon auch eine sehr gute Leistung für einen Trainer beziehungsweise für eine Mannschaft. Ja, das muss man ganz klar sagen, die Dortmunder steht vielleicht nicht da, wo sie stehen müssten von der Leistung und es zeigt ja eben, dass es jetzt uns und Dresden geschlagen haben, dass die was drauf haben und vor allem fand ich es dort eben wichtig, von denen, die haben halt einen super guten Torwart gehabt, jetzt eben die Brücke, Waldrin Mustafa hatte einen unfassbar geilen Freistoß in den Winkel und den musst du erst mal rausholen, ja, weil normalerweise klatscht das in neun von zehn Fällen als Tor, ja. Ja, glaube ich auch. Er hat ihn um den Pfosten gedreht, er hat ihn wirklich um den Pfosten rumgedreht. Das war eine super geile Torwart-Parade, das musst du erst mal so hinbekommen und, ja, da haben wir ja offensichtlich, ich glaube, der Ton vom Kommentar war auch von dir sogar, glaube ich, oh, da haben wir uns einen Standardschützen eingekauft im Winter und mehr muss man dazu nicht sagen, oder? Und er ist, er ist wunderschön, ein wunderschöner Spieler, ein wunderschöner Mensch und hat einen wunderschönen Spitznamen. Ich glaube auch tatsächlich, also ich lasse mich nicht lügen, es gab sicher mal einen Zuschnitt, aber es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit für einen direkten Freistoß vom Jan, weil ich würde es fast behaupten das letzte Mal von Knoll. Also es ist auf jeden Fall sehr lang her. Na, war es nicht sogar viel tatsächlich? Einen direkten, echt? Ich glaube, ja. Kann sein, aber bin mir nicht sicher. Also viele gab es nicht seit Knoll. Ich würde auch Knoll sagen. Auf jeden Fall haben wir uns auf jeden Fall mal wieder ein Model eingekauft, was ja auch schon ist, ne, weil ich meine, das letzte Alex Mayer ist jetzt woanders. Solange seine Freundin nicht wieder bei James Nix Topmodel unterwegs ist, und er sich nicht die Haare komplett blondiert. Das ist mir egal. Ja, Gottes Willen, die Frisur von Mayer. Auf jeden Fall, Mustafa, ja, ist spannend tatsächlich. Er soll ja eine Soforthilfe sein, wie Bayer Lortzer gesagt hat, und anscheinend ist da auch irgendwo was dran. Wie gesagt, er kam halt jetzt noch nicht so zu meinen, weil wahrscheinlich wollte man halt auch Garnas da jetzt nicht einfach direkt rausnehmen. Und ich meine, für... Also, Enos, du hast ja auch zugehört, er hat gesagt, Bielefeld wäre da eine Option gewesen, aber ab der roten Karte konnten sie keinen Stürmer einwechseln. Genau. Du hättest ihn früher bringen müssen, aber es hat Enos, glaube ich, auch gedacht, ja, hätte ich halt mal fünf Minuten früher wahrscheinlich den Waldi hier für den Garnas gebracht. Aber das kannst du halt vorher auch nicht wissen. Das sagt sie danach, vielleicht haben wir Spiel 2-0 gewonnen, alles geschenkt. Aber ja, ich glaube, auf der Sturmposition haben wir das Problem, was ich vorhin nach dem Flügel gesagt habe, nicht. Da haben wir Leute, die auch Garnas oder Hut, wer auch immer gerade spielt, die den Druck machen von hinten, auch Fied zum Beispiel tatsächlich, dass die halt auch ihre Höchstleistung abrufen, weil eben dahinter noch Hut, noch jetzt eben Mustafa stehen. Da mache ich mir echt keine Sorgen. Ich glaube schon, diese Art Soforthilfe ist er schon. Er ist jetzt keiner, der jedes Spiel 90 Minuten durchspielen wird. Der wird sich, glaube ich, genauso wie davor halt auch Garnas und Hut und dann immer wieder mal Hotman, wird sich jetzt Garnas, Hut und immer wieder mal Mustafa durchwechseln. Sicher auch mal von Anfang an, aber er wird jetzt nicht, ich glaube nicht, dass er jetzt ab übernächstem Spiel jedes Spiel durchspielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht gibt es ja nächste Woche dann endlich mal wieder eine Doppelspitze mit Hut und Mustafa oder sowas. Wir werden sehen. Also mein Gott, weil ich meine, Hut ist ja auch aus der Chancentop verschrieben. Vielleicht kriegt er eine gute Pause so nach dem Motto. Ich möchte jetzt nichts hören, ja. Ja, mal gucken. Und der andere, den wir ja noch haben, ist ja der Erik Tallig. Da habe ich ja euch im Vorgespräch ein bisschen was vorgespielt. Ich habe bei 60 gelesen, bis so nachgeführt, weil der ja bei 60 war. Ja, spannende Spieler. Also die sind, wenn ich mich jetzt richtig in und nichts durcheinanderbringe, sind sie ja höllauf begeistert. Ennox ist ein riesen Tallig-Fan, also der ist komplett begeistert und kann es eigentlich nicht erwarten, dass er endlich mal jetzt alles aufholt. Aber da ist eben genau das Problem. 60 hat ihm ja in einer sehr zweifelhaften Aktion keinen neuen Vertrag gegeben, weil da hatte er sich ja das Kreuzband gerissen. War, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, beim Kölner auf dem Absteigen, das war dann bei Jakob Batschi glaube ich wieder auf dem Aufsteigen. Ich bin mir jetzt immer hundertprozentig sicher. Und viele 60er hätten ihn gerne behalten. Er hat sich halt im März das Kreuzband gerissen. Und Kreuzband, also das ist jetzt kein Meniskus, das dauert dann schon eigentlich immer ein halbes Jahr. Das heißt, das war vorbereitungen die Wann los im Juli oder sowas. Dann ist er noch zwei Monate raus, locker. Also ist aus einer Sicht logisch, dass du keinen neuen Vertrag bekommst. Auf andererseits, es kostet dich als Verein nichts. Solange der in der Reha ist, zahl ich in die Kasse. Also das wäre so eine Kurzi-Aktion gewesen. Die haben wir damals auch verlängert. Das ist low risk, eigentlich high reward. Also das ist ein richtiger Dick-Move von 60, glaube ich, gewesen, weil im Sommer findest du dann auch keinen neuen Verein, wenn du erst mal zwei Monate noch raus bist. Dann, glaube ich, haben ihn die Monate auch gut getan, sich da jetzt wieder ranzukämpfen, dass er halt dann auch sich im Winter präsentieren kann. Wir haben unbedingt jemanden gebraucht. War natürlich dann der perfekte Fit. Sonst, glaube ich, hast du auch von deinen 60er-Kontakten gehört, wäre es eher in die Regionalliga wahrscheinlich gegangen für ihn. Also so muss man ihn auch einschätzen. Der ist jetzt auch keiner, der wahrscheinlich jetzt hat, gegenüber von Cota, jedes Spiel 90 Minuten macht. Außer, er beweist sich halt im Training jetzt oder wird reingebracht und beweist sich über 30 Minuten. Die Chance bekommt er auf jeden Fall. Und ich glaube, der kann uns auf jeden Fall weiterhelfen in der Breite. und ja, schon auch mit Upside in Richtung Stammspieler. Der spielt jetzt nicht das erste Mal dritte Liga. Das ist jetzt kein Regionalligaspiel, den wir da geholt haben. Das ist halt jemand, der 23 ist, deswegen nicht mehr so attraktiv war für 60. Das muss man auch dazu sagen. Als junger Spieler ist es ja immer gut in der dritten Liga. Da kriegt der Verein auch Geld, wenn er junge Spieler aufstellt. Und du hast gewisse U23-Regelungen und sonst irgendwas. Das heißt, sobald du 24 oder 23,5 bist, also aus dieser Regelung herausfällst, überlegst du dir halt nochmal mehr, ob du den Spieler jetzt wirklich verlängerst, ob sich das lohnt, dir nochmal einen Vertrag zu geben, ob das eher einer für die Regionalliga ist. Wir bauen ihn jetzt ja eh für die zweite Liga auf, da ist der Jugendtopf scheißegal. Nicht scheißegal, es gibt da auch zwei, drei Euro dafür, aber im Gegensatz zu den Fernsehgeldern egal. Ich glaube, mit Gebhardt und Bräuniger und so stehen wir echt nicht schlecht da bei diesem Jugendtopf dieses Jahr. Wir werden dieses Jahr nach 64 oder so wahrscheinlich sagen. Wir werden, glaube ich, echt ordentlich Geld was rausholen, aber der Topf ist ja auch nicht richtig gut gefüllt. Da sind ja, glaube ich, nur vier Millionen Euro drin oder so. Ja, hört es euch einfach nochmal, wenn ihr es nicht gehört habt, meine Zusammenfassung vom Fanabend an. Ich sehe es da ein bisschen wie Enochs und Bayer Lorz durch die Blume gesagt haben, der Enochs kennt ihn aus seiner Zeit in Chemnitz, er weiß, was er kann. Dann muss man dem Trainer auch vertrauen und aus Sportdirektorsicht, das ist eben ein No-Brainer. Wenn er scheiße ist, gibt es denen einfach keinen Folgevertrag mehr. Fertig. Vor allem Enochs-Quote würde ich jetzt dann mal ungefähr bei 50 Prozent einschätzen. Spieler, die er vorher kannte, also Ziegele und Eichinger, das ist jetzt ein guter Brückenschlag. Super, ganz super geiler Brückenschlag. Ziegele bin ich der Meinung, dass, ja, hat es gut funktioniert, also hat er sich einen guten ausgesucht, den er vorher auch schon kannte, glaube ich auch von Zwickau. War wirklich guter Transfer für uns. Eichinger hat nicht funktioniert, heißt aber auch nicht, dass es nie wieder was wird, wird jetzt ausgeliehen. Allerdings hat er uns drei Punkte gegen 60 geholt, das langt ja schon, das langt eigentlich auch schon, ja. Ich glaube, Eichinger ist eigentlich genau das eingetreten, was man erwartet hat, der ist auch einer der wenige, der nicht beim Rebuild nächstes Jahr dabei ist, sondern erst 26, sondern man hat halt geschaut, ob es passt, ob er sich durchsetzen kann, kann er nicht und bevor man ihn jetzt einfach auf der Bank versauen lässt, kippt man halt einfach in die Regionalliga ab, wenn er da spielen kann und Kreiswald. Vor allem gegen den, ja, du wolltest gerade sagen, sorry, vor allem bei einem Favoriten, Aufstiegs-Favoriten. Aufstiegs-Platz 1 und da ist er anscheinend auch sehr gefragt, weil, ich meine, er hat zwar jetzt nicht gespielt, aber so Baker Mayfield-Ähnliche bei den Rams damals, ist schon auf der Bank gesessen, also hätte schon spielen können, also anscheinend haben die diesen Lead von ihm und ja, mei, probieren, also Gottes Willen, wie gesagt, für mich eigentlich genau das eingetreten, was man irgendwo erwarten kann, das ist natürlich irgendwo schade, weil der anscheinend in der Mannschaft auch eine ganz gute Rolle hatte, aber mei, er ist ja nicht weg, kommt ja wieder. Aber das Leben ist nicht Fußballmanager, das ist schon klar, aber wenn es jetzt wie Fußballmanager wäre, dann muss man auch einfach klar sagen, der Eichinger ist gerade in einem Alter, das ist das Wichtigste, dass du spielst. Also wenn er bei uns nicht spielen kann, weil er einfach zu weit weg ist, dann musst du ihn ausleihen. Das ist genau die richtige Entscheidung, gerade wenn er noch länger Vertrag hat und wenn er sich gut macht, dann kann er für uns auch noch erwerben, auch falls wir irgendwann in der zweiten Liga spielen, selbst dann, in dem Alter, wenn er jetzt den nächsten Schritt macht, dann kann er auch von Kreiswalder, FC, glaube ich, ist es, auch zum SSV Jan in der zweiten Liga den Sprung machen, obwohl er in der dritten Liga in Anführungszeichen zu schlecht für den Jan war. Das traue ich ihm alles zu in dem Alter, aber dafür muss er halt jetzt auch wirklich die Leistung bringen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem, dass er im Training sich zu wenig angeboten hat, habe ich mal so ein bisschen durch die Blume durchgehört hat beim Jan. Deswegen waren halt andere, die jetzt sicher auch nicht auf diesem krassen Drittliga-Level sind, wie jetzt hat Bauer oder Graf oder sowas, waren am Ende in der Hackordnung vor ihm und dann muss er ausleihen. Ein bisschen mehr Konkurrenz oder ein bisschen Schlimmere, weil der ist ja eher ein Mittelfeldspieler, also zentrale, offensives Mittelfeld. Also dann musst du dich gegen Feed, Geipel, Balic, Pulic, oder du baust ihn um. Ich habe ihn eher auf dem Flügel gesehen, tatsächlich. Der war eher, aber gut, das reicht ja auch, der Kote. Entschuldigung, aber für mich, also keine Ahnung, für mich war der halt so einer, der überall vorne und in der Mitte spielen konnte. Vielleicht muss er auch erstmal sein Profil schärfen, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, weil wenn du natürlich überall ein bisschen gut bist, dann weiß der Trainer auch immer nicht, wo er dich einsetzen soll und bringt dich dann immer nur die letzten zehn Minuten. Das ist ein sehr guter Punkt, den habe ich von der Mediapfaltung, glaube ich, dieses Jahr nach dem Fair-Auswärtsspiel gehört, da ging es um Unuigwe, dass halt, wenn du quasi als Jugendspieler einen Probivertrag bekommst, dann brauchst du eigentlich eine Fähigkeit, in der du halt richtig gut bist, die dich dann so nach vorne, oder hast du das mal erzählt? Irgendwer hat mir das mal erzählt. Oder Eichlinge wurde es. Oder andere Eichlinge. Du brauchst eine Fähigkeit, die dich richtig hervorstechen lässt, du bist entweder der total Schnelle, dann ist es auch wurscht, wenn du noch ein paar Defizite mit dem Ball hast oder nicht den besten Abschluss, oder du bist halt der, der mit dem Körper wie der Hotman quasi alles wegräumt, weil am Rest kann man arbeiten, aber du brauchst irgendwas, was den Trainern einen Grund gibt, dich einzuwechseln und dir die Chance zu geben und an dir zu arbeiten. Und ja, vielleicht hat er das noch nicht ganz gefunden oder noch nicht ganz gezeigt. Ich könnte es jetzt auch nicht sagen, was seine Superkraft ist. Da können wir jetzt lang spekulieren. Aber tatsächlich, würde ich jetzt einfach mal, weil du es gerade so gesagt hast, weil ich habe nämlich auch mal die Aussage gehört, dass das nämlich zum Beispiel bei Jannik Graf ein Problem ist, weil er eigentlich in keinem dieser Bereiche herausragend ist und das ist ja in dieser hochgroßen Scouting-Ding immer so, du musst das haben, aber Eichlinge, äh, Eichlinge, Graf hat sie da irgendwo auch Lügen gestraft, weil er eben genau dieser Typ Arbeiter ist, der sich halt reinhaut und davon sind sie alle begeistert. Und vielleicht ist das eben dann, wie du schon gesagt hast, vielleicht genau der Punkt, so Eichlinge hat das, hat vielleicht diese eine Fähigkeit, aber beißt sie dann halt eben nicht so durch, wie Graf, der ja, wie gesagt, als übelste Arbeitstier ist. Man muss ja auch sagen, wo man Graf vielleicht auch hätte ausleihen können, das ist vielleicht eine andere strategische Entscheidung, aber ich glaube, niemand wäre überrascht gewesen, wenn die Meldung gewesen wäre, Graf wird nach Greifswald ausgebildet. Greifswald vielleicht schon, weil was will der, was will der hier, Oberpfälzer oder sowas jetzt? Filzing dann halt. International. Na, aber wie gesagt, es gäbe ein paar Spiele, wo ich eben gesagt, wie du auch schon gesagt hast, oder wo du gesagt hast, wo wir einfach nicht überrascht sind und da hat halt Eichinger für mich dazugehört. Also Bauer, Graf, Eichinger, das sind alles drei Spiele, wo ich sage, das überrascht mich jetzt, wenn die verliehen werden. Wir schießen jetzt hier sehr viel ins Blaue, deswegen würde ich jetzt auch das Ball abschließen. Ein Nostradamus-Ding hätte ich noch, vielleicht war es bei Eichinger auch tatsächlich ein bisschen das Problem, dass du ihn da holst. Er hat halt davor schon Profifußball, zumindest so halb, gespielt und hat halt erwartet, dass er vielleicht die Nummer drei hinter Cota und Schönfelder ist oder was auch immer auf dem Flügel und dann kriegst du vier Jugendspieler in den Profivertrag, von denen davor noch niemand gehört hat und dem muss er sich erstmal anstellen oder mit dem muss er konkurrieren und vielleicht hat er die Einstellung noch nicht gehabt, da wirklich die 100% Training zu geben und sich gegen die zu beweisen und dann bist du bei so einem Trainer wie Enox dran, obwohl er dich vorher schon kannte, vielleicht auch schnell unten durch und musst erst mal, nicht nachtragen, aber musst erst mal schauen, dass du dann woanders deine Sporen verdienst und dann kann so einen Luftveränderung schon auch echt was helfen und da freue ich mich auch drauf. Haben mich damals auch bei, wie heißt er, haben wir letztens erst wieder gesehen, Tom Bark gefreut, dass man ihn ausgeliehen hat. Hat ihm auch richtig gut getan, leider haben wir ihn danach nicht wiederbekommen. Hätte mich sehr gefreut, weil von dem habe ich mir eigentlich viel erhofft nach der Laie. Ja, aber da hat es ja mit Mersad anscheinend nicht gepasst, also wie gesagt, das trage ich ihm immer noch. Das hat es aber bei jedem zweiten Spieler geheißen, weil jeder, der irgendwie Mersad nicht mochte, hat dann bei jedem Transfer gesagt, ja, der hat sich mit Mersad nicht verstanden. Nein, nein, da war es ja tatsächlich, wie gesagt, aber damals so, dass eben als Mersad ja entlassen worden ist, der Florian heißt er, nämlich Tom Bark und ein Palacios unter diesem Entlassenmeldung kommentiert hat und ich glaube, der Bark da mit irgendwelchen Lachsmizer reagiert hat und das trage ich ihm schon noch nachzuverhalten. Vor allem muss man dazu sagen, war Bark von dem drei der Einzige, der wo wirklich eben, wo du gesagt hast, dass man ein bisschen Hoffnung hatte, der andere Totalausfall kickt jetzt in Litauen und der andere Gangster ist jetzt in Aachen. Ja, aber das ist halt auch wirklich, das ist das billigste Nachsehen, was es gibt und ich würde es auch nicht überbewerten, was die da jetzt auf Instagram haben. Aber wenn wir schon beim Lästern sind, wollte ich bei Bielefeld auch lästern. Offensichtlich, wenn man sich Yildirim kauft, kauft man sich den Abstieg. Wobei ich da auch sagen muss, dieses, komm schon. Also, ich war auch böse, als Szybnovski da dann quasi übers Feld gelaufen, das hätte ich mir auch gern gelb gezeigt und da hätte ich, wenn ich das besser könnte, mit meinen Fingern oder sonst irgendwie oder ohne Finger, hätte ich auch gepfiffen. Aber dieses beim Wechseln, dieses pauschale Ausgipfeife von Yildirim, das war davor schon, ohne dass er was gemacht hat und für Szybnovski fand ich halt auch richtig dämlich. Muss ich jetzt auch mal sagen. Das war ein bisschen, war ein bisschen nachtragend von uns. Das ist zu einer Stufe mit den unsäglichen auch mittlerweile jegliches Schieber oder jegliches, ja, gehobene Pöbeln abgelöst haben. Pöbeln waren noch nie gehoben, aber Pöbeln macht Spaß. Aber dieses stumpfe Hurensohn-Ding, das regt mich auch schon sehr lange auf. Da finde ich den Helikopter-Einsatz immer noch schöner. Hub, Hub, Hub-Schrauber-Einsatz, meinst du? Übrigens interessant noch, kurz zu Yildirim, das konnte ich noch beobachten am Spieltag, weil es hat ja immer geheißen, dass der da anscheinend ja doch sehr nah dran war, dass er bei uns bleibt. Also, ich bin dann bei dieser Abführung, weißt du, wo es zu den Spielertunneln geht, bin ich gestanden. Und da hast du dann schon, also Bayerleiter ist reinkommen, direkt zu Yildirim, ja, hi, grüß dich, servus und bla, und ewig lang mit ihm kregen. Also, anscheinend waren die schon sehr gut im Austausch. Genau das meine ich auch. Du weißt im Profifußball nie, woran lag es eigentlich. Vielleicht wollte er gar nicht mehr Geld und ist deswegen nach Bielefeld gegangen, sondern wir haben gesagt, hey, wir kriegen den Cota, wir haben lieber den Cota als den Yildirim, such dir in anderen Vereinen. Also, du kannst es nie genau sagen, woran es am Ende lag. Ich glaube, ist halt einfach nicht immer dieses uninformierte, pauschale, stumpfe Gepöbel und dieses Pfeifen war für mich halt genau so ein typischer Beispiel dafür. Verstehe ich, aber ich habe ja damals schon gesagt, dass man nicht auf den bauen sollte in der 2. Liga. Deswegen ist es ja für mich immer noch eine innere Genugtuung, dass offensichtlich auch in Bielefeld nichts reicht. Sorry. Ich habe mich richtig gefreut, dass in den ersten drei Spielen, glaube ich, Eon und Schipnowski ganz gut funktioniert haben in Bielefeld und mit Stamm gespielt haben am Anfang, weil ich dem Balltag gesagt habe, dass Yildirim jetzt, nicht, aber den habe ich damit einbezogen, so ein bisschen, Schipnowski rasiert in der 3. Liga, hat er nicht. Aber beim anderen Verein wird das so sein. Ab jetzt können sie ja auch wieder erfolgreich sein, ist mir egal. Bei mir ist es der Guras übrigens. Bei dir, Yildirim ist bei mir Guras. Also Schipnowski, glaube ich, hätte in der 3. Liga bei uns wirklich gut funktioniert. Yildirim wahrscheinlich auch, weil das sind einfach Spieler, die können 3. Liga, die können jetzt nicht 2. Liga, das glaube ich auch, aber bei so einem Verein wie Mian oder so einem Verein wie Saarbrücken es halt war für Schipnowski, können die 3. Liga bei Bielefeld auch nicht. in der 2. Liga Stammspieler sein. Aber leider hat es der halbe Verein geglaubt und das ist ja immer noch mein Kampf. Da wirst du immer als Vollidiot hingestellt, wenn du diese Meinung intern gibst und dann ist sie eingetroffen und dann so, ja, okay. Du weißt das halt nie. Beim Adamian wusstest du auch nicht, dass der Stammspieler bei der Liga war. beim Adamian hast du beim allerersten Ballkontakt gesehen, dass der mal vernünftig wird. Bei Hamadi Al-Ghadoui, der war ja sogar, der war 25, also hat keiner gedacht, dass der jemals irgendwie zum nochmal in die Bundesliga wechselt und nach Zypern in die Europa League. Okay. Alte Wunden, alte Wunden. Wir sind echt schon weit fortgeschritten, aber das ist ja nicht so verwunderlich in der Zusammensetzung. Also ich bin mir heute keiner schon bewusst. Also ich weiß es nicht, keinen Ahnung, was das Problem ist, wenn mal wieder nix kommt, ich werde es ja, also bitte. Nee, es ist völlig wirklich und die Weihnachtsfolge ist sehr, sehr gut angekommen, obwohl die sehr lange war. Was willst du noch machen? Kurzen Ausblick. Ja, ja, natürlich. Also ich habe jetzt mal nicht nur die drei... Ravens mit 49ers. Ich habe nicht nur die drei Spiele, sondern die vier Spiele, weil es ist offensichtlich wieder der Februar der Wahrheit. Das denkt heute mal was anderes aus. Nein. Februar der Offenbarung. So, da komme ich jetzt dagegen. Ich sage, das ist der Februar der Entspannung. Oh Gott. Also ich finde, spätestens nach dem Sandhausen-Spiel können wir wissen, wo wir stehen. Können wir so eine Instagram-Story, so eine Umfrage machen, was wir als Sendungstitel nehmen sollen? Februar der Wahrheit, Offenbarung oder Entspannung? Nee, mein Sendungstitel wäre ja eigentlich zurückgekämpft, aber jetzt habe ich kein einziges Mal irgendwie, bin ich da drauf eingegangen, aber eigentlich haben wir uns ja nach den zwei überschaubaren Leistungen gegen Bielefeld zurückgekämpft. Okay. Ja. Aber ja, ich nenne den Titel bestimmt nicht den Februar der Wahrheit, weil den Wahrheit-Titel hat man glaube ich schon fünfmal in unseren 202-Sendungen. Nenn ihn doch einfach besser wie gedacht, also keine Ahnung. Also meine Wahrheit ist, wollt eigentlich Sand im Getriebe nehmen, hätten wir verloren gegen Bielefeld. Tja, blöde Jahren hast du wieder gewonnen. Dann geschmiert wie ein Getriebe, äh, äh, ja, du weißt, ach, du bist ja der Campier getrunkener, der kann nicht mehr reden. Ja, das ist einfach, das ist, jetzt tut mal leid. Also Duisburg war ich und ich habe eine sehr durchwachsende Bilanz in Duisburg. Ich glaube, das Auftaktspiel vom Turmfunk haben wir gewonnen, dann haben wir sehr oft verloren und, ähm, eigentlich, so wie Duisburg gerade da steht, musst du die 4-0 weghauen. Sorry, Leute, aber, ähm, ich fand auch die, also ich habe mir die Zusammenfassung gegen Verl angeschaut. War Verl, oder? Jetzt schaust du mich jetzt so an. Ähm, und sie haben halt einfach mit Dusel das Anschlusstor geschossen. Also so ein Torhautfeger habe ich noch nicht mal in der bunten Liga gesehen und ich habe schon einiges gesehen. War es nicht gegen Ulm jetzt? Ulm, ja, Ulm, die Spatzen, Entschuldigung, ja. Ähm, und dann waren die aber unfassbar, ähm, on fire, wirklich on fire. Ab diesen, ich glaube auch, was gefährlich sind. absoluten, absoluten Duseltor, aus dem Nichts, haben die sich so krass zurückgekämpft und dann in der, weiß ich nicht, was war, 93. Minute noch das, den Ausgleich geschossen und ich glaube, das kann eine Mannschaft wie Duisburg so krass beflügeln, denn wir müssen aufpassen. Ich glaube, wenn Du Dir die ersten 20 Minuten in den Zahn ziehst, dann gewinnst Du es. Aber Du musst wirklich aufpassen, dass Dich nicht in 15 Minuten, die wir jetzt gegen, äh, Bielefeld, auf einmal 2-0 in Führung gehen, weil dann kriegst Du es nicht mehr, dann gewinnst Du es nicht mehr. Und Du musst jetzt, und ich hoffe, das hat unser Drehort hier am Schirm und das ist vielleicht auch gut, dass wir jetzt von Samstag bis Sonntag Zeit haben, ähm, also wirklich eine lange Zeit, Vorbereitung, ähm, dass wir das am Schirm haben, dass Du die, die ersten 20, 30 Minuten neutralisieren musst. Die werden anlaufen, wie die Berserker. Wenn Du dann das überstanden hast und dann vielleicht noch ins Tor schießt, dann wird es einfacher, glaube ich. Aber Du musst aufpassen, dass die diesen Sprung nicht mitnehmen. Ich sehe die auch so, eher so Kategorie angeschlagene Boxer. Nicht so wie Bielefeld, die irgendwie seit drei Jahren einen Abstieg nach dem nächsten in den Gegentumeln, sondern Duisburg, die, ja, da ist irgendwas, stimmt da überhaupt nicht. Also auch Kala-Zusammenstellung und sonst irgendwas, die sind nicht gut. Aber am Ende ist es trotzdem eine Profimannschaft und die wollen irgendwie jetzt noch Reserven mobilisieren. Es steigen halt einfach vier Mannschaften in dieser Liga ab. Also wenn Du jetzt nicht ranklotzt, sag ich mal, in der Phase der Saison, dann kannst Du auch gleich den Verein abmelden, weil wenn Du jetzt abreißen lässt, dann ist es vorbei bei so viel Absteigern. Deswegen ist es richtig, richtig gefährlich. Aber was ich meinte mit Februar der Entspannung, ja, wir sind relativ eng mit Dresden da in den Kampf um Platz 1, aber ich sehe es mittlerweile schon so, Du musst jetzt nicht mehr hier große Serie starten, Du musst nicht jedes Spiel gewinnen, Du sollst schauen, dass Du nicht zu viele verlierst, aber Du kannst Dich jetzt schon mal ein bisschen entspannt zurücklehnen und versuchen, stetig Punkte zu holen. Du musst jetzt nicht keine Serie starten, wenn Du wirklich noch, wenn Du aufsteigen willst, blöd gesagt, wenn Du den dritten Platz noch verlieren solltest, dann nur, weil wer anders in der Serie startet. Ja, aber Du kannst ja andere eben zu Serien starten aufrufen, weil, wenn Du gegen Rot-Weiß Essen und Sandhausen beide verlierst, dann hast Du zwei direkte Konkurrenten um Platz 2, 3. Ich sehe Essen aktuell nicht als so krassen Konkurrenten mehr, aber ja. Das Ding ist halt einfach, was mir in der Liga schon mal aufregt, Sandhausen ja, was mir in der Liga heute schon mal aufregt ist und gegen Duisburg und das ist meine Erwartungshaltung an Duisburg, auch an die Medienlandschaft, wenn wir gegen Duisburg gewinnen, dann möchte ich auch mal so gehypt werden, weil, ja, das kotzt mich wirklich an. Na ja, 60 hat gegen Duisburg 4-1 gewonnen, jetzt sind dann, dann war da ein Aufstieg und die beste Mannschaft aller Zeiten und blablabla. Ja, warum dann denn, warum sind das wieder nicht? So, also klar, du darfst keinen Gegner unterschätzen, ja, aber ansonsten musst du halt einfach schauen, dass du gewinnst und musst halt das durchziehen. Klar, es gibt halt auch Mannschaften, wo halt einfach auch mehr vom Ruf leben, als halt wirklich mehr dahinter ist. Wie gesagt, mein Favorit aller Zeiten ist immer Dresden. Ich kann es nicht mehr hören. Dresden ist so unglaublich dominant. Ja, sie sind nicht schlecht, Gottes Willen, aber bei Gearsandhausen ist nur Sandhausen angelaufen. So, Essen ist natürlich auch nicht schlecht, aber sie sind auch nicht der unbezwingbare Gegner. Das geht schon. Du darfst dich nicht ausruhen. Ich weiß schon, jetzt mache ich jetzt ein anderes Statement vom Jahr wahrscheinlich wieder. das stimmt, also das muss ich auch noch hinzufügen zu meiner Aussage. Das ist wichtig, du darfst dich auf keinen Fall ausruhen. Das wollte ich damit nicht sagen, aber wie du sagst, jeden ernst nehmen, genau, Entschuldigung, jeden Gegner ernst nehmen, auch Duisburg ernst nehmen, weil wie du schon gesagt hast, jede Menge zu verlieren, nur das ist ihm bewusst. Auch Essen, ich meine, die spielen alle, können alle Fußball spielen, sind alles Profimannschaften und wie gesagt, warum nicht in dieser Liga ist jeder Schlapper? Ich meine, Sie, Duisburg gegen Ulm, 2-2. Also, die können Fußball spielen, warum sollten sie es nicht können? Und ich würde wirklich plädieren, hoffentlich gegen Sandhausen zu gewinnen, sorry, oder wenigstens nicht zu verlieren, weil, das habe ich einem Kumpel jetzt per Sprachnachricht geschickt, als er mich gefragt hat, was ist mit dem Jahr los, War vom Bielefeld-Spiel, oder die Frage? Ja, war vom Bielefeld-Spiel und es wäre auch für ganz Fußball-Deutschland, auch wenn es wieder keiner mitbekommt, das ist ja deine Kritik, der Jan wird halt einfach nicht beachtet, selbst wenn wir die krasseste Saison der Welt spielen, vielleicht in der 2. Liga, da wurde ich ja dann sogar mal zum Rasenfunk eingeladen, aber genau, aber da musst du schon in der 2. Liga krass performen, in der 3. Liga interessiert sich kein Mensch für uns, da ist eher Dresden oder was weiß ich oder Ulm sogar im Ideal vor uns, aber für trotzdem, für ganz Fußball-Deutschland wäre es besser, wenn der Jan aufsteigt und nicht Sandhausen. Der Jan-Weg ist der richtige und nicht der Sandhausen-Weg. Wenn der Sandhausen-Weg sich wieder als der richtige herausstellt, dann werden noch viel, viel mehr Vereine in ganz Deutschland sagen, aber wenn wir absteigen, pumpen wir alles Geld wieder zum Wiederaufstieg rein und Nachhaltigkeit für den Arsch. Ich finde, es wäre auch eben gerade bei den Protesten zu DFL und Investoren und was weiß ich ein richtiges Signal, dass der Jan-Weg der richtige ist und nicht der Sandhausen-Weg. Egal wie die jetzt gerade die Performance ist, wir haben den richtigen Weg und hoffentlich besteht sich das auch und nicht, dass am Ende noch Sandhausen uns im letzten Spieltag überholt und aufsteigt und wir nicht. Das wäre für mich wirklich ein emotionaler Riesenrückschlag, weil das ist alles, was ich hasse am Fußball. Kannst du bitte mal dein Mikrofon am Boden werfen, weil das war so ein richtiger Microp-Moment. Also das da stimme ich auch komplett zu. Sandhausen ist wichtig, war auch letztes Jahr ungefähr das wichtigste Spiel der Rückrunde. Da haben wir hoffnungslos versagt. Das hoffe ich, dass dieses Jahr auswärts anders wird. Aber trotzdem, wenn wir jetzt auf die vier Spiele schauen, die du hier aufgeschrieben hast, ganz ehrlich, ich bin da mit fünf Punkten zufrieden. Das ist nicht viel, aber genau das ist das, was ich meine. Wahrscheinlich reicht es dir, wenn du möglichst wenige Spiele verlierst, das wäre jetzt eins davon, was wir dann verlieren würden, hoffentlich nicht Sandhausen, und ab und zu mal einen Sieg holst und ansonsten ein paar Unentschieden, reicht dir wahrscheinlich, um nicht nur irgendwie vor Platz drei zu bleiben, sondern wahrscheinlich sogar vor Dresden oder im Kampf um Dresden zumindest noch mit drin zu bleiben, weil Dresden ist auch nicht konstant. Dresden hatte eine Serie zu Saisonbeginn. Wir hatten in der Mitte der ersten, äh, der Hinrunde hatten wir eine Serie und seitdem plätschert das so hin und her. Also sowohl Dresden als auch wir haben unsere Schwächen und unsere Höhen und bis da jetzt einer wie Sandhausen irgendwie acht Spiele in Folge gewinnt, wird sich daran uns auch nicht ändern. Also so sehe ich das gerade. Ich möchte nicht, dass die acht Spiele in Folge gewinnen. Gerade sind sie auf dem besten Weg denn. Also die haben gerade, glaube ich, keine Serie statt, weil sie haben jetzt, glaube ich, einen Unentschieden oder sowas noch eingestreut, ich weiß nicht genau. Ja, unentschieden gegen 60. Ja, aber trotzdem, glaube ich, sieben Punkte aus drei Spielen oder so. Lass mich nicht lügen. Also die haben auf jeden Fall gut gestartet aus dem Winter jetzt. Ich möchte nicht, dass Sandhausen irgendwas Positives schafft dieses Jahr. Aber ja, wir werden es sehen und wenn die eine Serie starten, dann müssen wir halt auch wieder eine starten. Ist mir auch recht. Aber jetzt gerade möchte ich eben, dass wir uns nicht zu sehr stressen und dass wir einfach unseren Stiefel runterspielen, weil ich glaube, das ist in der Liga was wert, wenn man einfach nur seinen Stiefel runterspielt und das können wir auch ziemlich gut mit unserer Defensive dieses Jahr. Die ist mittlerweile die beste übrigens in der Liga. Ich denke einfach tatsächlich, dass du doch deinen Sendungstitel jetzt irgendwo gefunden hast, der Jahnweg, finde ich eigentlich ganz passend, so der Jahnweg im Februar oder irgendwas. Ansonsten, was ich mit dieser Kritik einfach auch sagen wollte, es muss sich einfach einmal wieder hier im System was ändern, bei dieser ganzen Berichterstattung und auch bei Fanmagazin, sich nicht immer nur auf, ich weiß schon, das ist ein sensibles Thema, ich muss trotzdem sagen, auf irgendwelche, oh, das ist ein Traditionsclub oder ein heißer Club oder was weiß immer, die haben alle ihre Schwächen, jeder Gegner ist schlappert, die können alle Fußball spielen und einfach gucken, was es gibt und ich sage auch, ein Spiel, wenn du es verlierst, das wollte ich mich anders sagen, das hast du früher in der Sendung schon mal gesagt, Leute, wir haben das zweite Mal verloren, also meine Güte, dann verlieren wir heute ein drittes Mal, es ist alle guten Dinge, es sind drei, wenn das gute Ding dann unser Aufstieg ist, ist mir das recht, dann verlieren wir heute, dann geh ich ja essen, das sind wir zu viel. Ich hoffe auch, dass sie keins davon verlieren, habe ich gesagt. Von denen müsste jetzt nicht unbedingt eins sein, aber wenn ich... auch wieder verlieren, wenn wir vorher fünf Punkte geholt haben. Mir ist wurschtig, wen wir eigentlich verlieren, aber wie gesagt, einfach bodenständig unser Ding weitergehen, uns auf uns konzentrieren, nicht auf den Rest konzentrieren und ich würde mir einfach wie gesagt wünschen, dass dieser Respekt, der wo andere Mannschaften zuteil wird, auch mal uns zuteil wird und wie gesagt, nicht wieder verlaut in der öftesten Monat steht, weil er sein Haar nach links gedreht hat. Aber ich sage trotzdem, und da muss ich auf dich eingehen, vorher noch, wenn wir als Meister mit fünf Punkten Vorsprung aufsteigen, was wird quasi das heißeste in der dritten Liga dieses Jahr, Bielefeldstag das dritte Mal in Folge ab. Die sind nämlich noch zwei Punkte, glaube ich, von der Abstiegszone entfernt und also das wird sich nicht ändern. Ich glaube, das wird auch mehr beachtet, ja. Ja, aber es wird sich auch nicht ändern und es ist ja auch okay. Ich meine, die Zeitschriften machen halt auch nur das oder die Zeitungen oder die Internetportale, was ihnen mehr Klicks bringt oder mehr Leser und auf dem Level sind wir noch nicht, wie Bielefeld, also sowieso nicht, aber auch wie andere Vereine. Ist mir auch ganz recht, wenn wir im Unterradar da sind, aber was ich mir schon wünsche, und das, was du meintest, dass diese Nachhaltigkeit wirklich auch mehr beachtet wird, auch in Fankreisen. Also auch Portale, die irgendwie versuchen, das Ganze über Traditionsvereine und Fans und was wir sind, was wir haben, also ich weiß schon, da sind wir jetzt nicht das Nonplusultra in Deutschland in der dritten Liga, aber da sind wir auch nicht schlecht. Unser Scheiß-Stadion heißt immer noch Jahn-Stadion und das interessiert niemanden aus der Fanszene. Da sind wir nicht Fairl oder sowas, also und auch nicht Ingolstadt, die irgendwie nicht mal 2000 Zuschauer mehr schaffen beim Heimspiel, wohlgemerkt. Also das ist wirklich geschenkt, dass wir da nicht der Bringer sind. Aber solche Sachen wie Nachhaltigkeit, finde ich, sollten auch mehr berücksichtigt werden und dass wir da wirklich seit Jahren einen guten Weg fahren und nicht wie Kaiserslautern, die belohnt wurden für ihren, ach, wir gehen halt insolvent, wenn wir nicht aufsteigen, war da scheiß drauf, oder jetzt dann Hausen, die, glaube ich, genau das Gleiche machen, ob sie jetzt insolvent gehen oder einfach nie wieder Profifußball spielen, weil sie einfach es nicht mehr leisten können, wenn sie jetzt alle Kohle, die sie extra kriegen, ausgepulvert haben. Ja, das sollte nicht belohnt werden, da bin ich 100% bei dir. Und halt einfach halt realistische Berichterstattung, nicht wie gesagt, wie jetzt ja wieder in der Elft des Tages, Terrence Boyd, weil er jetzt zwei Tore geschossen hat, weil es ist Terrence Boyd, oh mein Gott, supergeil, wohohohoh. Wenn jetzt drei Tore schießt, darf in die Elft des Tages, aber dann auf der Feed halt auch rein. Ja, so, das ist halt einfach, wie ich es gesagt habe, tut mir leid, und dann bin ich fertig. Das ist halt wieder, wie gesagt, das so ein Motto, weil jetzt was weiß ich, verlaut, die Locke auf links hat, ist ja wieder ein Spieler des Monats, wofür? Ziegele reißt sich den Arsch auf und dann gar nicht und der andere, der hat die Haare schön. Also nein. So, jetzt habe ich genug gekrampelt. So 90 plus 5 sind vorbei und deswegen mache ich jetzt dann auch keinen extra Unterstützer-Dank. Ich hoffe, dass ich während der, ja, während die nächsten drei Spielen noch eine Sonderfolge einschieben kann. Hannes hat mir dann noch einen Special Guest versprochen. Ich hoffe, ich kann es noch einlösen. Zurzeit ist es bei mir auch ein bisschen zeitlich stressig, aber ihr könnt quasi noch spenden und bei der nächsten Sonderfolge kommt dann euer Spendenbetreff. Ihr könnt so lustige Sachen wie der Thomas Süß reinschreiben, 1889 auf einem Schutzgeld. Das ist aber schwierig, glaube ich, weil da sind die Bankenaufsichts irgendwie dahinter. Oder ist das nur bei Koks und Nutten so? Bei Koks und Nutten, glaube ich, kommen sie und sagen, ey, das darfst du nicht. Genau, also das Schutzgeld hat mich jetzt noch keiner angerufen, aber ein Kumpel von mir hat, glaube ich mal, ich weiß nicht mehr, was er in Betreff geschrieben hat, weil er mir noch 5 Euro geschuldet hat und da hat mir die Sparkasse angerufen, dass das echt scheiße war, weil es sehr viele Mechanismen ausgelöst hat. Also übertreibt es nicht mit den Betreff, aber es darf gern was Witziges sein. Treibt es einfach Roberts Table Dance Company. Genau. Da muss ich wahrscheinlich auch den Mehrwertsteuersatz ändern. Genau, ihr könnt uns unterstützen. Heute haben wir auch, das Bier wird davon, ich kann es jetzt nicht machen, weil der Filter wird es rausfiltern, wenn wir anstoßen. Vielen Dank fürs Bier. Genau. Vielen Dank fürs Bier. Ich schulde euch noch einen Kasten Eichhofener, das wurde auch schon gespendet, das machen wir dann beim Sommerfest. Genau, danke für die Spenden. Wie ihr spenden könnt, in den Shownotes oder auf 1889fm unter Unterstützen. Ich werde jetzt eben keinen gesonderten Unterstützer-Dank machen. Beim nächsten Mal, also schreibt irgendwas Lustiges in dem Betreff. Und danke fürs Zuhören, auch für die treuen Tümpfungen, Hörer immer, weit und fern. Vielen Dank. Fleißig den Jan-Blog lesen, aber nicht glücklich. Ja, genau. Wir sind hier eigentlich nur noch so ein Spätzl Inzucht-Wirtschaftsverein. Wir sind ja nicht umsonst in der Lebensruhe. Das waren wir doch schon immer. Das waren wir schon immer. Tschö mit dir. Tschö mit dir. Tschö mit dir.